sondern mal gucken ob das klappt vielleicht ist auch noch gar nicht live mal gucken da so sieht es aus also gucken wir ob das heute klappt wir haben mal den chat hier hoch warum wir ich hier aha also so sind wir heute mal gucken ob heute klappt sagt bitte sofort bescheid sollte es zu laut sein oder der ton übersteuert sein irgendwas hat sich gerade in meiner streaming software geändert vielleicht weil ich letztes mal über twitch gestreamt habe keine ahnung sagt mir bitte gerne bescheid wenn irgendwas komisch ist und in diesem sinne hallo an euch alle erst mal einen wunderschönen guten tag und hallo zurück aus los angelis angelis los angelis wie man auch sagt sorry dass ich zur seite gucke ich habe nicht das perfekte streaming setup wahrscheinlich der chat ist hier die kamera ist da danke dass ihr dabei sei erst mal und moin nach ok hier ist schwer schwer zu sehen jeden beziehungsweise schwer jedem alleine hallo zu sagen wie in den kleineren streams wir manchmal machen also ich sag einfach mal hallo nach deutschland und österreich und die schweiz was normalerweise die hauptländer hier sind auf diesem kanal und natürlich aber auch an alle anderen länder sollte jemand von woanders zuschauen hier schon mal direkt eine frage von dieser eine typ amares wer ist amares gerne was zum hype von bodybuilding mr olympia und so weiter in den usa groß oder total nische ist ziemlich ja also ist jetzt nicht dass jeder da mit fiebert oder sonst was also ist jetzt nicht groß wie football oder sonst was aber im allgemeinen gefühl habe ich denke ich dass es ein bisschen in er im allgemeinen interesse ist als als in deutschland aber immer noch nische also es groß aber eine größere nische würde ich sagen so alleine ich weiß auch nicht wie sich das in den letzten zehn jahren verändert hat in deutschland ich glaube fitness bodybuilding ist ja überall sehr viel größer geworden sehr intelligent wenn man den stream anfängt aber eigentlich noch mal auf klomus da bin ich gespannt jetzt ja liebe grüße nach quickborn muss ich dann mal sagen wenn ich das lese an big b und danke f1 moment formel 1 ich kenne mich mit formel 1 so schlecht aus ich weiß überhaupt nicht wieder die saison ablaufen ob das durchgehend ist ob das nur für eine bestimmte jahreszeit ist wann die rennen sind ich weiß nur dass es jetzt in las vegas sein wird weil das sieht man schon las vegas war ich diese woche war super super cool wir hatten ja ein tour guide dabei und zwar rené meinert heißt er der war schon öfter mal im fernsehen super netter typ wir haben eine richtig coole tour gemacht hat sich angefühlt als wenn wir da fünf tage gewesen obwohl wir nur naja anderthalb tage da waren und man sieht aber leider werdet ihr dann im video sehen ihr werdet in ein paar ja ich denke mal entweder diesen donnerstag schon aber es wird recht aufwendig zu schneiden vielleicht erst sonntag werdet ihr sehen man man sieht die vorbereitung zur formel 1 sehr stark in las vegas momentan also die sicht ist eingeschränkt an manchen orten aber zum glück haben wir noch ein noch anderes footage von vorher dass man zeigen kann wie sonst aussieht aber so oder so top also wann es war super super cool die ganze reise war hammer ich will jetzt nicht vielleicht jetzt schon davon erzählen wenn gut 320 leute sind schon da erstmal ja dankeschön fürs einschalten so viele leute finde ich wahnsinn und ja ich warte noch mal fünf minuten bevor ich von der reise jetzt erzähle ich meine jeder von euch der hier ist wird wahrscheinlich regelmäßig auch die videos dann werdet ihr auf jeden fall über die nächsten zwei drei wochen die ganzen videos sehen wir haben wahnsinnig viel gefilmt also ich glaube acht videos in drei tagen oder so dass wir auf jeden fall eine krasse tour zwölf stunden 13 stunden glaube ich insgesamt aufnahmen über ein terabyte das wird spaß machen zu schneiden wann bin ich wieder in deutschland fragt tanja und zwar bin ich in deutschland wahrscheinlich im dezember ich habe immer noch nicht gebucht entweder ende november schon oder dezember ich muss aber jetzt wirklich mal buchen ansonsten wird es teuer wahrscheinlich auch und dann bis nach weihnachten was hältst du von der stadt austin austin texas ist über die letzten jahre extrem beliebt geworden ich war noch nie da deswegen kann ich da nichts zu sagen ich weiß aber dass sie sehr künstlerisch zumindest auf jeden fall geworden ist es tatsächlich so ein bisschen dass das los angeles von texas geworden also viele künstler comedians und so weiter sind auch dort hingezogen ein bisschen zu danke von jorgen falls ihr den kennt der größte podcaster der welt der ist ja dahin gezogen und viele sind ihm gefolgt er ist auch comedian und ja austin scheint der tesla ist ja auch glaube ich sogar nach austin gezogen tesla kennt ihr wahrscheinlich und das ist austin wird gerade so die beliebteste stadt amerikas mehr oder weniger also es wird immer 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 beliebter willst du dir nicht einen cutter leisten nico das ist eine sehr gute frage es wäre natürlich klug aus meiner sicht und wenn ich nicht katten mark es würde sehr viel zeit sparen ich könnte wahrscheinlich viel mehr videos machen einfach zeitlich und und einfach auch von lust weil das katten oder editing ist eher was mich so einschränkt das einzige ding ist ich habe einfach angst mein stil zu verlieren nicht dass es jetzt den wahnsinns stil habe oder sonst was aber es immer was individuell ist ich mache meine meine videos dann auch schon ja für mich sag ich mal und da ja deswegen ja deswegen ja genau also ich würde mich da schwer dass jemand anders zu geben und ich mache auch sehr viel im schnitt später noch ich nehme sachen auf und dann im schnitt merke ich da habe ich was vergessen zu filmen da muss ich noch was hinzufügen voiceover die information wusste ich vorher nicht das kann ich jetzt hinzufügen dann baue ich vielleicht noch irgendwas ein und wenn ich das nicht so mache dann ja also wenn ich das nicht selber mache dann wird das natürlich kompliziert vor allem muss ja jemand deutsch sein wenn es muss ja jemand deutsch sein der schneidet logischerweise und wenn er dann auch noch in einer anderen zeitzone ist in deutschland wahrscheinlich dann wird das alles ein bisschen komplizierter einfach dann habe ich das gefühl am ende vielleicht ist es ja vielleicht ist es komplizierter als es selber zu schneiden naja werden wir sehen sft schule für tontechnik kommt vorbei dann machen wir musik in meinem studio zusammen liebe grüße grüße stefan schule für tontechnik das ist cool kommt vorbei ich komme vorbei ich stehe gleich da ich weiß zwar nicht wo aber ja kommst du nach wacken warst du in wacken in diesem jahr leider nicht das hat ja dann mit meiner reise nach deutschland nicht geklappt aber vielleicht nächstes jahr ich sage vielleicht weil vielleicht ist immer er bei mir aber ich würde sehr gerne nächstes jahr wieder kommen ossen ist gerade im hype aber die immobilienpreise gehen wieder langsam zurück da völlig zu stark gehypt genauso wie boys in idaho ja immobilienpreise gehen ja allgemein in vielen orten ein bisschen zurück das problem ist hatte ich ja in dem video glaube ich gesagt dass ich gerade letzte woche hochgeladen habe sieht aus als hätte ich was im barthang aber es einfach nur irgendwie glitzert das barthaar das letzte also die immobilienpreise gehen zwar in vielen orten schon zurück also sogar zehn wahrscheinlich sogar mehr prozentual gesehen in manchen orten das ding ist die meisten können sich ja nicht den cashpreis einfach ein haus kaufen das leisten also es gibt wenige leute in den usa die das machen und die zinsraten ich weiß immer noch nicht ob das richtige wort ist in deutschland in deutsch die zinsraten sind halt so krass angestiegen ich glaube die liegen im durchschnitt national bei acht prozent was halt krass ist also dass das verdoppelt mal eben ich weiß nicht genau wie es genau ist also werden jetzt ein haus eine million kostet wie es wie teuer es am ende ist aber es macht es sehr 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 viel teurer das heißt selbst wenn die preise an sich gefallen sind ist es teurer ein haus zu kaufen so aber ich glaube viele kennen die wissen die wissen das sowieso also wie man das berechnet und dass das dann dadurch teurer wird ist ja in deutschland auch nicht anders wenn man ein haus finanziert wobei die prozente wahrscheinlich nicht ganz so hoch sind nehme ich mal an oder ich muss mal ganz kurz was gucken ich habe hier sorry falls ich kurz nicht hingucke ja übrigens ich werde auf jeden fall den live stream speichern das habe ich gesehen wird gerade wurde gerade gefragt ganz kurz was gucken sorry 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 okay gut so ich gehe zinsraten heißt seit drei jahren abzug in deutschland abzug abzug jasmin schauspiel mäßig und isabel auch gefragt schauspiel bei mir nicht viel muss ich ich das ist immer so ein ding in los angeles so ein allgemeines ding wenn man man hat so die hundemami sabrina das das an beantworten ich ganz schnell kann man in las vegas wirklich so spontan heiraten ja das ist super krass das werdet ihr im video sehen da gibt es wirklich drive through also wie bei mcdonald's da fährt man durch und lässt sich heiraten verheiraten heiratet das ist komplett witzig und die stehen da so diese wedding chapels aneinander wie nix also super lustig und kurz zum schauspiel erstmal herzlichen glückwunsch wunsch an george hauskredit 1,75 prozent da können die leute hier nur von träumen so also was ich sagen wollte schauspiel ist ganz oft wenn man hier jemanden fragt schauspieler die so am anfang der karriere stehen und die meisten werden sofort nervös wenn man fragt und wie läuft's gerade wie hast du arbeit gerade und die meisten haben halt nicht gerade jobs weil man sehr sporadisch arbeitet und dann werden die meisten leute sofort nervös und versuchen irgendwas ja ich hatte 30 castings letzte woche habe ich so zehn meetings und versuchen irgendwas zu erfinden solltet ihr hier mal ein paar monate sein dann werdet ihr auf jeden fall auf sowas stoßen damit man nicht so dasteht als würde man nicht arbeiten aber ich finde das quatsch also ich habe wirklich schauspielmäßig die letzten also die letzte zeit nur mit freunden paar eigene sache paar kleinere eigenen projekte aber der streik ist halt immer noch steht immer noch an die am ptp die das bündnis der großen studios die haben gerade ihr letztes finales größtes angebot ever an die gewerkschaft der schauspieler geschickt und die werden die gucken da gerade drauf quasi und das wird dann ja da würde das wurde gerade verhandelt und ich denke mal morgen wird sein ergebnis geben und entweder die nehmen das an oder nicht ich bin ein bisschen ja natürlich was soll man sagen ist auf jeden fall nervig und ich habe ja gesagt am anfang war ich sogar persönlich gegen den streik weil ich immer das gefühl hatte wenn ich arbeite als schauspieler werde ich immer richtig gut bezahlt also ich glaube aber oder was ich sehe auch von freunden weil man geht ja offen dann auch mit guten freunden mit um ich habe bisher glaube ich ziemlich glück gehabt was so die bezahlung betrifft weil obwohl das der gleiche vertrag ist den wer anders hat kann es immer sein die je nachdem wie die tage gelegt sind dann dreht man montag aber dann erst nächste woche freitag wird aber für beide wochen dann bezahlt also man kann pech haben und für zwei drehtage 1000 dollar bekommen oder für zwei drehtage 10.000 dollar bekommen weil es anders gelegt wird einfach im plan also das ist kommt wirklich darauf an und ich hatte glaube ich bisher ziemlich glück auch bei den beiden jobs drei jobs die ich dieses jahr am anfang des jahres hatte mit rookie fans fbi fbi must wanted und so theoretisch darf ich ehrlich gesagt gar nicht darüber reden weil eigentlich darf ich im streik keine fernsehserie erwähnen hier sft schule für tontechnik hast sogar ja guck mal da sind wir wieder bei ich habe in las vegas geheiratet du brauchst vorher eine wedding license die gibt es im rathaus downtown da musst du das ganze in deutschland vom standesamt genau in deutschland klar wenn man dann aus deutschland ist das auch noch aber die zählt in deutschland dann man könnte ja denken wenn man das in las vegas aber eben schnell macht dann geht das nicht aber das meinte auch der rené dass man das dann da quasi eintragen lassen kann so sorry ich springe immer wieder mal runter im chat bei diesen live streams die öffentlich sind da kommt ja immer recht viel und ich will dann doch aktuell bleiben im chat so so gibt es noch die deutsche eisdiele in venice beach tatsächlich hat mir jemand erzählt in venice beach gibt es auch eine aber die kenne ich gar nicht das macht da auch schon jemand ganz lange aber die eisdiele die ich jetzt kenne wo ich dann auch mal die besitzer interviewt habe die ist in manhattan beach und finde ich richtig gut die sind auch immer noch da manhattan beach gelato angels ich vergesse immer den namen gelato and angels oder gelato angels genau so aramis man muss heute in den medien wie auch youtube sehr vorsichtig sein habe ich irgendwas falsches gesagt canceled sorry ich weiß nicht was ich gesagt habe felser krischer was macht die musik diese woche leider gar nichts für gemacht ich war ja die ganze woche unterwegs auf einem roadtrip für youtube im prinzip ein youtube trip viele videos gemacht richtig cool gewesen die werdet ihr die nächste woche sehen ich hoffe die aufnahmen sind das geworden ich habe die noch nicht angeguckt das wäre natürlich tragisch und ja also musik aber an sich ich probiere gerade richtig richtig viel rum einfach experimentiere ich habe leider sehr lange zeit wo ich mich halt aufs überleben in los angeles fokussiert habe und dann auch viel auf youtube irgendwann ein bisschen weniger musik gemacht und ich ich arbeite vor allem gerade daran meinen eigenen stil zu finden oder was ich gerne mag ich will das dann nicht so machen dass ich ein lied fertig macht das ist irgendwie in dem genre und das nächste weil ich dann darauf bock habe ist was komplett ist dann irgendwie ich sag mal so klaviermusik mit ein bisschen schön gesang oder sowas also ganz seicht und das nächste lied ist dann death metal lied oder so weil was ich beide sehr gerne mag aber das macht natürlich so musik veröffentlichungs mäßig keinen sinn also ich gucke da gerade welchen stil ich so entwickle danke joel baumann so kannst du mal drehorte von grace anatomy besuchen ich habe die serie tatsächlich noch nie gesehen deswegen war ich mir gar nicht sicher bin ich mir überhaupt nicht sicher wo die drehorte sind oder ich dachte grace anatomy spielt nur in einem krankenhaus und man sieht das quasi nur man das ist quasi voll im studio aber vielleicht auch nicht mal gucken mal gucken ja müsste ich mal rausfinden gibt es viele gibt es viele die grey anatomy geguckt haben hier grace anatomy das ist doch das lief doch bis vor kurzem überhaupt noch das ist doch jahrelang danni h vielen dank für die donation die donation oder die dani zion das war witzig oder also vielen dank vielen dank für den support an dieser stelle wo wir gerade über support und unterstützung reden sage ich mal danke an alle die hier gerade zuschauen ich finde das wahnsinn dass so viele leute hier ihren sonntag abend ich gucke gerade wie viel uhr es überhaupt ist bin ich zu spät nein ihren sonntag abend hier verbringen und zugucken und allgemein ich glaube die leute die hier sind gucken wahrscheinlich regelmäßig die videos deswegen vielen dank an euch fürs zuschauen mal ganz live vielen dank und ja wir gehen mal weiter in die fragen der erdbeben ich wollte gerade sagen erdbeeren counter der erdbeeren counter in la der erdbeben counter in la steht jetzt bei wie viel gute frage aber ich glaube es irgendwie was habe ich gesagt in dem video in dem einen sind sehr viel mehr erdbeben in los angeles als man erwartet und war es jetzt 30 pro tag das kann nicht stimmen oder aber es war auf jeden fall eine absurde zahl die meisten merkt man natürlich nicht weil die irgendwie unter stufe 2 sind und dann merkt man es nicht jackie james als bart träger machst du das selbst oder gehst du zum barber sieht einfach nur top aus mache ich komplett selber danke erstmal mache ich alles selber und es ist auch nicht so ich habe jetzt keine sehr aufwändige bartroutine um hier mal ein kleines make up tutorial zu machen ich überlege immer mal zum barber zu gehen um zu gucken was ich da vielleicht besser machen könnte weil manchmal sehe ich so jemanden und denke so das sieht irgendwie ganz cool aus das würde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen aber dafür war ich bisher zu faul triffst du dich mal mit uwe werde ich machen christin wenn ich in deutschland bin auf jeden fall 615 zuschauer nur 200 likes das geht ja nicht waren grabscher das müssen wir jetzt hochkriegen ja du hast mal gesagt dass das essen in den usa qualitativ schlechter ist als in deutschland wie ernährst du dich dort wo kaufst du denn ein wo kaufst du ein also ich habe ich glaube man oder ich habe halt nicht dauernd den direkten vergleich aber man merkt jetzt nicht unbedingt dass die qualität schlechter ist im geschmack oder sonst was also zumindest fällt mir das nicht auf aber in manchen produkten vielleicht wie ein brot zum beispiel also das wahnsinn wie hier brot gemacht wird mit wie viel inhaltsstoffen und am fleisch vielleicht auch aber ja mittlerweile am anfang die ersten sechs jahre habe ich im prinzip nur coupons geshoppt rentner style mäßig also habe ich ja muss ich ja nicht dauernd sagen aber da war es wirklich muss ich sehr im budget leben und da habe ich überhaupt nicht auf qualität geachtet ist vielleicht nicht schlau aber das war nun mal so und immer eher die günstigeren sachen gekauft jetzt achte ich bei lebensmitteln scheue ich kein nicht geld auszugeben ich denke das ist sehr wichtig für mich zumindest und deswegen kaufe ich viel erst mal ich was zum beispiel fleisch oder so betrifft gibt es bestimmte kann man im internet direkt von dem den bauern den erfaren bestellen quasi also dass man das nicht mit mittelweg bestellt das erstens günstiger und die qualität ist gut was alles andere betrifft gehe ich dann auch in in läden wo man ja eher gute qualität bekommt und das ist sowas wie sowas wie whole foods ich meine selbst bei ralphs kriegt man auch gute produkte aber allgemein selbst wenn organic bio draufsteht das ist lange nicht auf dem standard es gibt immer noch also es gibt immer noch inhaltsstoffe die in deutschland gar nicht erlaubt sind und das ist auch nicht so gut kontrolliert weil wie gesagt die usda und die fda die food and drug administration der war gerade ein großer bericht den ich auch gesehen habe die haben überhaupt keine die haben viel zu wenig personal um so viel essensproduktion zu übersehen und deswegen gibst du immer mal den ein oder anderen recall auch weil ich habe zum beispiel mal bei costco was gekauft eine woche später kriege ich eine nachricht bitte das zurückbringen dass das essen bitte zurückbringen da waren irgendwas weiß ich bakterien keine ahnung zurückbringen und das nicht essen und man kriegt das geld zurück erstattet also was ein bestimmtes produkt betrifft was waren das noch mal weiß ich gerade nicht mehr hast du schon mal nfl geguckt was hältst du von dem sport du wärst ein guter running back danke mako ich habe tatsächlich fast noch nie football geguckt nur mal zum wie heißt es super bowl und immer wenn ich den super bowl wieder gucke muss mir jemand das spiel neu erklären ich habe ein zweimal so mit freunden gespielt und das macht echt spaß aber gucken ich gucke einfach generell sehr wenig sport allgemein was hältst du vom trt treatment in der bodybuilding szene testosteron replacement therapy ja das ist so das neue natural in der online fitness was natürlich quatsch ist ist etwas wo ich noch nicht viel zu sagen kann und als es ist eine niedrige dosis von testosteron was sehr viele influenza jetzt auch machen die man quasi dauerhaft nimmt was sehr viel gesünder sein soll oder sogar gesundheits benefits geben soll benefits genau aber ich meine darum geht es hier nicht unbedingt kann ich mal irgendwie mehr zu reden das ding ist da wird gerade viel glaube ich deutsche wörter guckte ich bin schon seit drei wochen in amerika ich kenne kein deutsch mehr aber wirklich manche sachen wenn ich mit manchen sachen beschäftige ich mich erst seit ich in den usa bin und dann fallen mir die dann kenne ich die ganzen fachbegriffe nur auf englisch also teststudien etc in der wissenschaft wird das glaube ich viel behandelt und es ist interessant gerade wenn man vielleicht ins höhere alter kommt aber momentan ich glaube jemand der das es gibt ja leute die fangen damit 20 damit an aber das ist dann einfach nur eine andere art von stoffen eine niedrige art also wie auch immer anderes thema ist vielleicht weil einfach ich glaube viele interessieren sich nicht für fitness und so weiter aber es ist irgendwie ein bisschen komisch wie das in der online fitness welt behandelt wird als wäre es der neue ganz normale naturale standard irgendwie bei manchen dann nochmal vielen dank und liebe grüße in die schweiz und ich wünsche dir auch noch einen schönen abend danke für die unterstützung ja wer guckt schon football genau arthur arthur spuna ist auch dabei bin ab mittwoch auch eine woche in las vegas schade dass du schon weg bist kannst du was empfehlen berlin bär tatsächlich wir haben natürlich dann nicht allzu viel gemacht weil wir wirklich nur zwei tage da waren ein helikopter flug wir haben helikopter flug gemacht das war atemberaubend bei nacht das kann ich empfehlen auf jeden fall kostet aber ich kann es empfehlen shows habe ich jetzt selber nicht gesehen aber da gibt es also eine show zu sehen wenn ihr schon da seid wenn ihr eine ganze woche da seid auf jeden fall wir sind gestern zur area 51 gefahren das war auch eine sehr interessante erfahrung von las vegas ist man natürlich auch nicht weit von einem nationalpark wir waren dann im seien national park und das war absoluter hammer also das kann ich nur jedem jedem empfehlen was für ein wahnsinns nationalpark da habe ich wasser auf meine tastatur geschüttet das also ihr werdet die bilder sehen wunderschön wunder wunderschön der seien nationalpark hammer kaufst du viel bei aldi in den usa max im prinzip gar nicht ist das die mit den kohlen der ist nicht so wirklich bei mir in der nähe deswegen und ich habe so meine stamm stamm läden zum beispiel costco auch und für andere produkte auch andere läden aber ich kaufe gerne viel auf einmal für drei wochen im voraus und all die hat einfach eher kleinere größen in bulk nennt man das in bulk kaufen genau bist du schadzburger nein das muss man erst mal vorlesen können das ist ja das ist dann mal liebe grüße an aramis und an deine mama thomas das ist doch lieb muss mir mal ein bild schicken von dem von dem jungen welpen irgendwo das witzige ist ich habe noch nie jemanden getroffen der aramis heißt also im ne ein menschen ich habe schon pferd getroffen und zwei hunde es scheint eher ein tiername zu sein ist auch witzig kommt ein video zu der area 51 ja ich bin auch glaube ich jetzt auf der fbi fahndungsliste auch super aber genau schaust du seven verses wild ich habe natürlich schon oft von euch vor allem auch davon gehört scheiß scheiß heißt was wollte ich gerade sagen drei wörter auf einmal scheiß also schaue ich selber nicht aber es scheint ja scheint wollte ich sagen scheint ja sehr beliebt zu sein hat ja wahnsinnige auch eine wahnsinnige zuschauerschaft ich habe selber nie wirklich geguckt ähm äh das seven versus wild ist auch nicht glaube ich nicht so ganz in meinem Interessengebiet aber ich gucke irgendwann gucke ich es mir mal an äh ja braucht man Rechte für Hintergrundmusik Frau Kuchen alle meine Musik die ihr im Hintergrund hört ist von einer Plattform die sich Artlist nennt falls euch das interessiert Artlist ist wie andere Plattformen da kann man jährlich ein Abo kaufen das kostet normalerweise zwei bis dreihundert Dollar im Jahr und da kann man die Musik die ihre Künstler auf diese Plattform stellen quasi mit Lizenz verwenden und da gibt es ja teilweise wahnsinnig gute Musik ähm ich meine einen von den Künstlern die ich die ich öfter mal einbaue mit dem mittlerweile habe ich mich auf Instagram mit dem connected der ist richtig gut und ich hoffe dass der mal äh hierher kommt vielleicht nach L.A. den habt ihr auch öfter schon gehört glaube ich Ben Bostick also wirklich wirklich gute Musiker die ihre Musik da haben und das ist wirklich krass ähm ja welchen YouTuber welche YouTuber schaust du aktuell äh gute Frage mal gucken äh ich finde einen ähm super witzig der heißt Shredded Sports Science das ist so ein bisschen Satire über Fitness bei Coffeezilla ähm der ähm deckt gerne so Scams auf von Influencern und so weiter und von Krypto Scams alles mögliche das ist sehr interessant äh Filion da gucke ich manchmal rein Rosvitaryl natürlich Rosvitaryl bester YouTube Kader mit Markus Rühl und ja dann hier und da bei anderen also ich folge natürlich Leben USA und Phil natürlich sowieso also ich gucke alles von Phil und bei Leben USA auch Support sowieso gucke ich da immer mal rein und dann hier und da bei anderen Sachen ich liebe die Country Musik die du immer in deine Roadtrips einbaust danke äh also ich meine äh danke an die Country Musik eher und Sebastian ich auch und deswegen ist Wahnsinn teilweise was da für coole Lieder dabei sind und die ich dann benutzen kann wenn man äh Musik benutzen will die von größeren Künstlern ist das ist im Prinzip unmöglich ähm ja du könntest mal ein Video mit dem German in Venice machen das könnte tatsächlich bald mal passieren Doktor die ich kenne ihn ja nicht persönlich aber scheinbar ich habe jetzt rausgefunden weil er auch mit dem André äh René sorry André ich sage immer André irgendwie André René fast der gleiche Name vielleicht auch nicht aber äh also René die sind befreundet und scheinbar weiß er schon von mir ich wusste natürlich auch von ihm also wir wissen voneinander und vielleicht passiert das irgendwann mal ja wieso kommen einen Kunden äh in Walmart komischer als in Costco oder Target vor ja Walmart hat so das Klischee von äh wie was weiß ich was ist äh ein Äquivalent dafür in es gibt kein Äquivalent in Deutschland keine Ahnung Kick oder so also also Walmart hat so keine Ahnung wie soll man das sagen so ein äh Assi-Status aber ich meine bei Walmart gibt es auch ganz normale Sachen ist jetzt nicht dass es da dass es da irgendwie nur komische Produkte gibt oder so da gibt es alles was es auch bei Ralphs etc. gibt das ist eigentlich ein ganz normaler Laden aber keine Ahnung hat sich so entwickelt Walmart NPCs wobei man dann äh Ghetto Netto ah ja Interessant ähm ja also Costco hat halt tatsächlich auch qualitativ ganz gute Produkte aber es ist eben günstiger dadurch dass es große ähm dass es große ähm Packung Packung gibt große Packung also Massen Massen Waren wie nennt man das ich hab grad gleichzeitig was gelesen und versucht einen Satz zu bilden in meinem Kopf das ist schwer also es gibt halt große Packungen die normalerweise eher für Familien gedacht sind oder auf Bulk und dadurch ist es günstiger so äh jemand hat mich grad geschrieben Herr Werbung im Livestream lass mal sehen äh ich will auch nicht dass hier jetzt Werbung läuft die ganze Zeit was kann man denn hier machen Delay Ads Insert Ads also ich kann eine einfügen sorry ich mach du siehst ja ich mach äh alle halbe Jahre hier einen Livestream Delay Ads ich sehe nicht wenn eine Werbung läuft lass mal kurz gucken also ich hab mal eine Tessation auf jeden Fall an aber eigentlich sollten die Werbung danach erst kommen lass mal sehen hm hier wird man seit Montag mit Werbung zugemüllt seit Montag ich mach mal einfach das hier guck mal ganz kurz insert mit ok jetzt ist es manuell weil YouTube hat hier scheinbar was geändert dass sie es automatisch machen oder so während des Livestreams ich guck mal hier ich klicke mal hier drauf jetzt sollten eigentlich keine kommen außer ich klicke selber drauf ah ja hier guck das ist verschwunden jetzt kann ich selber einbauen mal gucken also äh jetzt sollten eigentlich keine kommen ich bau dann welche ein wenn ich es danach online stelle aber nicht während es läuft das ist ja ein bisschen nervig wenn es live ist soll ja keine Werbung reinkommen ähm gut Premium läuft danke an die Premium Zuschauer hast du als Deutscher Angst auf dem Highway zu fahren überhaupt nicht käme das ist auf jeden Fall ähm Highways auch an die ganzen ähm zukünftigen Besucher ähm an die Leute die hier zu Besuch kommen und dann vielleicht erstmal ein bisschen ja überrascht sind wie groß die Highways sind und wie chaotisch es teilweise sein kann weil es sind teilweise sechs Spuren man wird rechts überholt links überholt rechts fährt jemand 20 zu viel links fährt jemand 20 zu wenig also es ist ein bisschen chaotisch auf den Highways teilweise teilweise aber man gewöhnt sich meiner Meinung wenn man ein sicherer Fahrer ist und und ja allgemein sicher in Fahrgefahr in der Fahrfähigkeit dann gewöhnt man sich relativ schnell daran und es ist gar kein Problem man muss eben von Anfang an beachten man wird auch rechts überholt äh wenn man vom Auto von der Autobahn runter will dann sollte man das ein paar Kilometer vorher einplanen weil man vielleicht erstmal nicht in die rechte Spur kommt also genau wie heißt Ronald mit bürgerlichen Namen das ist Ronald Christian der heißt so mit bürgerlichen Namen äh nächstes Jahr geht es von Portland nach LA drei Wochen geil drei Wochen ich glaube das ist eine gute Zeit Doktor D da hast du glaube ich könnt ihr du oder ihr viel sehen ähm Portland selber war ich noch gar nicht ähm aber der Weg von Portland nach LA den bin ich im Prinzip schon zwei dreimal gefahren also ein bisschen mit ein bisschen anderen Schlenker werden die Simpsons in den USA auch so gehypt wie in Deutschland ich würde sagen also ich war selber äh Schande über mich nie wirklich ein ähm ein Simpsons Fan war irgendwie nie mein Ding aber das ist auf jeden Fall genauso äh genauso ähm bekannt wie hier oder bekannter wahrscheinlich also es hat einen super hohen Kultstatus Simpsons auf jeden Fall wie weit sind in LA die Abfahrten auseinander also teilweise ist es eine Meile oder so teilweise weniger sogar also ich glaube nicht dass es einen offiziellen Mindestabstand oder so gibt oder einen Maximalabstand also es ist schon ähm teilweise also also wenn man eine Ausfahrt so um das so zu sagen wenn man eine Ausfahrt verpasst ist das gar kein Problem ähm äh ist das gar kein Problem sorry wenn ich gleichzeitig lese und rede wie machen das Streamer man kann nicht gleichzeitig was andere eine Frage lesen die gar nichts mit der Antwort die zu tun hat die man gerade gibt also wenn man eine Ausfahrt verpasst in LA ist das kein Problem weil es Kilometer später wieder eine Ausfahrt gibt und man immer noch zum Ziel kommt so normalerweise in den meisten Ecken Sonntagabende sind okay mit Aramis besser das ist doch lieb von dir Hulk Rankedong vielen Dank für diese Donation und diese Super Chat Super Nachricht vielen Dank auch für die Nachricht dazu vielen Dank und auch an Luis vielen Dank und äh an deine Frage es gibt ein älteres Video von dir endlich normale Leute das ist doch von Ballermann Moment war das von Ballermann 6 oder 5 oder war das von ähm wie heißt der andere Film Gott wie kann ich das vergessen äh ha 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 mit Tom Gerhard voll normal war das aus voll normal oder von Ballermann 6 man weiß nicht endlich normale Leute da sagst du die Minute 11 wird euch umhauen das Video geht aber nur 9 Minuten was ist bei Minute 11 Luis ich habe keine Ahnung welches Video es war unter den 300 Videos oder 400 wie auch immer ich glaube ich habe 420 Videos oder so jetzt ähm keine Ahnung aber es war wenn ich mich kenne so wie ich mich kenne war es wahrscheinlich ein schlechter Witz im Sinne von es gibt gar keine Minute 11 glaube ich zumindest das war ein Witz der wahrscheinlich nicht gelandet ist was so gerne mal passiert bei mir ähm ich fand es witzig dass du zufällig am selben Tag nach Las Vegas gereist bist wie ein IRL Streamer aus LA du bist gefahren erst die gleiche Strecke geflogen ah da war er wahrscheinlich vor mir da IRL Streamer das bedeutet man läuft mit dem Handy draußen rum ne Fragezeichen ähm deine Roadtrips sind immer die besten Videos danke Dario finde ich auch persönlich macht mir am meisten Spaß natürlich man sieht gleichzeitig wahnsinnige Orte ähm und kommen jetzt die nächsten Videos vielleicht kommt noch was anderes baue ich mal zwischendurch an ich habe tatsächlich auch noch 3 4 X-Faktor Videos äh sorry dass ich jetzt einige Fragen übersehe stellt die bitte gleich nochmal ich möchte kurz was euch fragen und ich denke mal da wird viel in Chat kommen also was ihr auch immer gerade fragt ähm dann nochmal stellen gleich das möchte ich gerne mal von euch hören die hier Stammzuschauer sind sag ich mal ähm die X-Faktor Videos also von ich sag mal Daumen hoch runter Verhältnis kommen die so an wie alle anderen Videos also denke ich mal dass Leute sich daran für auch interessieren aber allgemein habe ich das Gefühl da interessieren sich nicht so viele Leute für einfach so was man so an den Viewerzahlen et cetera sieht würde ich euch gerne mal äh fragen ich habe noch 3 Drehtage und das Video mit Jonathan Frakes ein Video mit Jonathan Frakes kennt ihr vielleicht von X-Faktoren falls ihr es kennt ähm natürlich kennt man den absolute Legende und quasi 4 X-Faktor Videos 3 Drehtage und Jonathan Frakes was meint ihr soll ich noch 4 Videos rausbringen dazu für jedes einzelne sollte ich eher die zusammenfassen und dann noch eins mit Jonathan Frakes äh würde ich gerne mal von euch hören weil für mich es ist die gleiche Arbeit und ich ähm ähm und deswegen ähm würde ich das würde ich das gerne so machen einfach wie es die Zuschauerschaft auch interessiert ob man das eher äh vielleicht alles zusammen in ein Video packt ein letztes oder ob euch das so interessiert dass ich das wirklich auseinander weil das Problem ist 4 Drehtage 2 Videos schon mal eine gute Idee das Problem ist wenn man so ein Film eine Serie verfolgt über 40 Tage immer wieder das sind zwar unterschiedliche unterschiedliche Schauspieler unterschiedliche Drehorte die Drehorte sind natürlich cool meiner Meinung nach interessant das Problem ist es ist im Prinzip immer das gleiche wenn ich euch was über einen Filmdreh oder eine Seriendreh erzähle es ist immer wieder das gleiche immer wieder das gleiche Prinzip man kann irgendwann keine Informationen mehr liefern außer man geht in eine wenn ich jetzt zum Beispiel bei Avengers oder so ans Set gehen würde das ist nochmal was ganz anderes und wenn das sehr viele VFX sind oder was weiß ich Zusammenfassung würde eher Luis interessieren längeres Video mehr davon okay also schon einige auch die hier zumindest sind die daran interessiert sind ich habe natürlich eine Sache die wird auf jeden Fall kommen und ich glaube alle X Faktor Fans das habe ich schon in einem Patreon Livestream letztens angeteasert das werde ich euch hier kurz auch zeigen schon mal alle da die ihr hier seid das wird jetzt nicht ähm das wird jetzt nicht hier verlost aber da freue ich mich super dass ich das vom Set geklaut habe nein das habe ich nicht geklaut das das war äh also die wissen dass ich das hier verlose aber an alle Jonathan Frakes Fans habe ich hier zerknüllte Papiere die beste Verlosung die jemals auf YouTube stattgefunden hat aber was diese zerknüllten Papiere sind das sind Original Requisiten vom letzten Drehtag der neuen X Faktor Staffeln diese die gehören zu einem dieser dieser Intros und da sind Original Notizen von Jonathan Frakes drauf ja Original Notizen Original Requisite die hat er zerknüllt und hinten dann äh weggeworfen äh also es hat sich damit da ist Jonathan Frakes Nasen DNA drin nein da sind Notizen drauf von ihm da hat er was drauf geschrieben und das wird dann die hat der Frakes in der Hand hat er in der Hand und Notizen drauf also für alle X Faktor oder Star Trek Fans ist das vielleicht ganz witzig was ganz witzig ist und wenn ich das Jonathan Frakes Behind the Scenes mache äh verlose ich die also hast du die aus dem Müll geholt im Prinzip Hamburger Dern ne die lagen da auf dem Boden rum und der Regisseur und ich dachten hey das wäre doch ganz cool wenn wir die verlosen erst wollte ich die alle alleine also ich einen behalte ich natürlich selber aber drei davon werde ich verlosen und äh dann einfach ich weiß noch ich glaube wir haben sogar was in der Aufnahme gesagt naja die kriegt dann jemand zugeschickt gut äh mach mehr Einkaufsvideos meinte jemand ja die Einkaufsvideos scheinen ja viele Leute zu interessieren die machen aber einfach keinen also die interessieren mich selber nicht so wirklich ich versuche eher mehr zu machen das mich auch selber zu interessiert aber vielleicht kann ich mal wieder eins einbauen weil es äh weil man ich mache ja auch gerne einfach Sachen die Leute interessieren und ich kann das dann äh vielleicht für beide interessant gestalten äh kann man die essen? die kann man auch essen werde ich niemandem empfehlen aber kann man machen was ist deine Meinung zu LA Metro bin dieses Jahr gefahren Marc dann würde mich mal deine äh deine Erfahrung damit interessieren die du gleich vielleicht schreiben kannst ja ich bin lange lange nicht mit der LA Metro LA Metro ist die Bahn hier es sind hauptsächlich oder zum großen Teil U-Bahn unter unter der Erde aber auch die fahren auch zum Beispiel wenn man nach Santa Monica die Line fährt draußen lang und ähm was wollte ich sagen ja also ich war lange nicht da nicht mal also seit der Pandemie nicht mehr das letzte Mal dass ich Metro gefahren bin ist vier Jahre her oder so vier, fünf Jahre da war es okay aber ich habe gehört die ist schon noch weiter den Bach runter gegangen während der Zeit ich weiß nicht wie es jetzt ist das Ding ist es soll ja wie es soll ja aufgebaut äh soll ja weiter ausgebaut werden für Olympia 2028 also bis 2028 soll sich das Bahn System verbessern durchkommten mit Gangstern leider viel die laut mit dem Smartphone da sitzen okay das ist Marks Erfahrung naja auf jeden Fall also ich habe nie schlimme wirklich schlimme Erfahrung gemacht außer dass man da vielleicht doch mal eine skurrile Gestalt erwischt die da sitzt äh rumsitzt und einen vielleicht anpöbelt oder so aber ansonsten jetzt nicht super schlimm aber ich habe von anderen gehört dass es ein bisschen den Bach runter gegangen ist seit Pandemie etc aber vielleicht hat sich das jetzt auch wieder verbessert ich weiß es nicht ähm wo bleibt das eigentlich das versprochene Bronco Lied Sören Tosch erstmal vielen Dank für die für den Super Chat eines Tages kommt es Sören äh ja muss ich irgendwann mal extra hochladen ähm im Prinzip ist ja nicht mehr viel außer die 20 Sekunden die ich immer immer mal eingebaut habe aber eines Tages gerne mal wieder ein Video mit Lynn Ulrike ja ich habe gerade mit ihr geschrieben letzte Woche wir wollten eigentlich eins vorletzte Woche machen aber dann hatte ich keine Zeit dann hatte sie keine Zeit ich überlege und wie ich überlege auch noch ein bisschen was für ein Video ich mit ihr mache ich hatte erst gedacht vielleicht könnte ich mal eine Frage ein Q&A so wie ich das letzte Video gemacht mit Fragen an sie machen so über wie ist es in den USA aufzuwachsen etc das wäre vielleicht interessant hier zur Schule zu gehen etc pp oder einfach so was ganz simples so ein typisches YouTube Video einfach ich meine viele mögen sie und dachte hey vielleicht statt deutsche Süßigkeiten zu probieren wie beim ersten Video probieren wir jetzt mal amerikanische Süßigkeiten und danach haben wir alle Diabetes das wird schön irgendwas wort stand da gerade mit Schleswig-Holstein verdammt also die begrüßen nach Schleswig-Holstein ich habe die Frage sehe ich es nicht mehr servier Lynn mal ein Mettbrötchen ja das wäre lustig also Mett viele Amerikaner wissen gar nicht dass sowas existiert und wenn die von Mett hören denken die wie bitte ist WhatsApp also WhatsApp wahrscheinlich ne in den USA wirklich nicht bekannt ja drei Phasen Freddy alle meine amerikanischen Freunde also so gut wie keiner hat WhatsApp die einzigen die es haben sind die die entweder Familie in Europa oder anderen Ländern haben auch außerhalb von Europa oder die dort mal eine Weile gelebt haben oder ich habe ja auch viele amerikanische Freunde die teilweise dort aufgewachsen sind und ein sehr guter Freund von mir hat sechs Jahre in Österreich gelebt ähm als sie aufgewachsen sind achso fällt ja unter die gleiche Sparte aber nur die meisten Leute die irgendeine Verbindung zu Europa oder ähm ja ich meine wo man sonst auch WhatsApp ich glaube auch in Südamerika benutzt man WhatsApp recht viel also alles außerhalb der USA die eine Verbindung dazu haben die haben oft WhatsApp aber ich kommuniziere mit den meisten amerikanischen Freunden über Normaltext also SMS äh hier erstmal kurz Sören Tosch vielen Dank an dich kannst du äh ja sehr gute Frage das habe ich nämlich dieses dieses Jahr nach Jahren wieder verpasst jedes Jahr verpasse ich's und ich habe mir so in den Kopf gehämmert dass ich's nächstes Jahr endlich mache kannst du mal ein Video über amerikanische Mittelaltermärkte machen fände ich irgendwie interessant zu sehen es gibt nämlich hier in LA beziehungsweise das ist nicht in LA aber ganz knapp daneben äh die Renaissance Fair hier heißen meistens Mittelaltermärkte halt Renaissance Fair also Renaissance mhm Fair Vergnügungs Renaissance Jahrmarkt oder so aber ich könnte würde sagen gleichzusetzen mit Mittelaltermärkten dass der Einzige der hier so ist das ist wahrscheinlich lange nicht so authentisch und in dem gleichen Stil wie in Deutschland schon anders was ja dann vielleicht interessant ist aber es ist schon immer ziemlich im großen Stil Leute kommen das Ding ist zum Beispiel alle kommen die meisten Leute die hingehen kommen verkleidet hin ob jetzt in authentischeren Kostümen oder auch Steampunk Fantasy Kostümen Elfenohren was weiß ich das ist schon ziemlich witzig aber ich habe immer noch kein Video dort gemacht wollte ich dieses Jahr habe es wieder verplant nächstes Jahr schaffe ich es hoffentlich irgendjemand hat da gerade gefragt ich habe es nur aus einem Augenwinkel gesehen ähm nochmal welchen Messenger nutzen die Amerikaner also die meisten benutzen einfach nur Text SMS ich kann euch gleich auch nochmal ähm erzählen wieso beziehungsweise kann ich jetzt eben man hat gerade was zum Führerschein gefragt äh ja musste ich nochmal machen das war ja glaube ich die Frage musste ich nochmal hier machen war aber super super easy ähm ähm sorry jetzt ist wieder gesprungen Alter ich habe gerade wirklich mittendrin den Gedanken verloren das war das mit SMS genau also die meisten benutzen SMS und so wie ich das verstanden habe liegt das daran habe ich auch aus eigener Erfahrung gesehen ich war nämlich mal mit 16 in New Jersey für einen Monat quasi in einem Austausch an der Schule da hatte ich meine Schule eine Partnerschule für ja 4-6 Wochen oder so und da hatten damals schon alle kein WhatsApp da hatten aber alle hatten schon SMS Flatrates also diese unlimited SMS Flatrates die gab es hier viel früher und jeder hat schon immer halt über SMS gechattet ich weiß noch also ich hatte 2012 mein erstes Smartphone mit 21 und dann hatte ich zum ersten Mal einen Vertrag wo man unlimited oder ein sehr hohes Limit an SMS hatte vorher hatte ich 20 bis ich 21 war 2012 hatte ich immer nur 20 freie SMS da hat man sehr bedacht natürlich geschrieben äh wie viel SMS man dann schickt weil man nicht überbezahlen möchte so zu der Zeit in den USA hatten schon lange die meisten unlimited SMS das heißt der Bedarf für WhatsApp was ja quasi also was übers Internet läuft und nicht in die Flatrate der SMS reinfällt ähm oder in das Limit war gar nicht da also man braucht kein brauchte niemals WhatsApp so deswegen so habe ich das verstanden könnte man auch nochmal nachschlagen vielleicht habe ich es auch mal nachgeschlagen man weiß es nicht aber das ist meine Erklärung dazu die auch sehr viel Sinn macht meiner Meinung nach vielleicht liegt aber auch noch was anderes daran äh ich will jetzt hier kein Super Chat die will ich auf gar keinen Fall überspringen wie gesagt äh ich überspringe hier ohne Ende Fragen weil viele kommen einfach immer wieder stellen äh wenn ich nach ein paar Minuten die nicht beantwortet oder überhaupt überlesen habe äh äh Alex M erstmal danke dafür auch nochmal danke für den Super Chat und du schreist mich aber an Alex äh ja erstmal erzähl etwas über amerikanische Mädels wie sind sie im Vergleich zu den Deutschen und ist es einfach in den USA eine Partnerin zu finden also ob es einfacher oder schwerer ist als in Deutschland ich würde sagen was das betrifft ich glaube es ist nicht schwerer oder einfacher und da kann ich auch wieder nur sagen es variiert wie allgemein Menschen drauf sind extrem nach Ort Los Angeles es gibt solche und solche Menschen auch in Los Angeles aber viele sind eben auf sich bezogen also viele die hierher kommen um Karriere zu machen so ähm ähm und dann ist Beziehungen Partnerinnen oder Partner oder oder also allgemein Beziehungen finden ist dann ein bisschen schwieriger weil man erstmal die Menschen finden muss die daran überhaupt interessiert sind und nicht nur auf Karriere fokussiert sind etc. pp und ich finde es ja absolut okay weil mir geht es auch sehr viel darum eher auf Karriere fokussiert zu sein dann ist man in einem anderen Ort wie was weiß ich Tennessee oder Alabama dann ist es komplett anders das ist sehr viel mehr wie in manchen Gebieten in Deutschland wahrscheinlich also das kann man nicht vergleichen ähm und wie amerikanische Mädels drauf sind ich habe halt gar keine Erfahrung außerhalb von Los Angeles deswegen kann ich da nicht wirklich was zu sagen ähm es ist es gestaltet sich ein bisschen schwerer in Los Angeles auf jeden Fall weil man erstmal die Menschen finden muss die überhaupt äh auf der gleichen Wellenlinie sind etc. schöne Papierkloppen im Hintergrund aber ich glaube das ist ja auch in 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 Deutschland vielleicht ist es in Berlin ein bisschen anders als in einem Dorf in was weiß ich äh naja in Schleswig-Holstein also es kommt ganz drauf an ob man eher in welcher Gegend man ist so ähm genau davon abgesehen bin ich auch in einer anderen Generation als die Mädels-Generation die jetzt ist also ich bin ja nicht mehr 20 keine Ahnung wie sich in Deutschland verändert hat jede Generation ist ja auch ein bisschen anders und vielleicht ist es jetzt auch in Deutschland sehr viel anders als als ich in Anfang 20 war sage ich mal so deswegen sind solche Vergleiche sehr schwer finde ich das wäre was wo man mal mit einer Runde von fünf bis zehn Leuten rüber reden muss um Erfahrung zu teilen aber von einer Person reicht das nicht unbedingt aus ähm ist SMS kostenlos ja also für die meisten jeder im Prinzip jeder Vertrag hier hat unlimited also unlimitierte SMS wüsste ich nicht anders wo kann man eigentlich alle neuen Folgen von X-Faktor und auch die Kehr-zurück-Sendung ansehen oder vielleicht sogar kaufen ähm Ignotus also RTL 2 macht ist komplett chaotisch da was ihr vielleicht mitbekommen habt wenn euch das interessiert X-Faktor wie die die Sendung ausstrahlen wo sie die ausstrahlen also auf RTL 2 natürlich aber dann ob die dann auch auf im Streaming kommen etc das ist komplett chaotisch und meiner Meinung nach sehr macht überhaupt keinen Sinn ähm dass die da zwei eine Folge ausstrahlen und die nächste in fünf Monaten also eben meine mein also soweit ich weiß konnte man die nur sehen als sie ausgestrahlt wurden und es ist komplette Katastrophe also ich verstehe nicht wieso man nicht man dreht acht Folgen von der Serie und veröffentlicht die dann an acht Wochenenden hintereinander jeden Sonntag was ist daran so schwer wieso muss man das eine Folge zu Halloween und die nächste in zwei Jahren und also keine Ahnung das ist komplette Katastrophe ähm ist Kick in den USA nicht weit verbreitet als Messenger in Japan ist Line weit verbreitet so Kick kenne ich überhaupt nicht ehrlich gesagt RageTV aber vielleicht ist es einfach nur ich persönlich kenne es nicht hast du ein Haustier leider nicht Hanno B ähm hätte ja weiß weiß ich nicht ob es in meinem in meinem Wohngebäude sind keine Haustiere erlaubt so als kurze Antwort dazu ich weiß wenn sie erlaubt wären wüsste ich nicht ob ich eins ähm haben würde weil das ist ja dann auch äh man muss sich auch drum kümmern dann bin ich mal drei Wochen weg dann muss man jemanden finden so vielleicht später irgendwann mal wieder äh so jetzt springe ich mal wieder runter im Chat hey läuft mit AHS American Horror Story noch was liebe Grüße aus der Steiermark also ich komm das sieht jetzt nicht so aus als würde ich da wieder mitmachen außer es entwickelt sich wieder was weil das Ding ist ja das Gute daran ist man kann jede Staffel wieder mitmachen theoretisch weil es immer eine neue Story ist nicht wie in anderen Sendungen da ist man wenn man einmal mitgemacht hat als egal wie kleiner Charakter das war's wenn ich jetzt in NCIS Staffel 1 äh einen Kellner gespielt hab dann kann ich in Staffel 10 keine Hauptrolle spielen weil außer die machen die Story irgendwie so aber wenn man drin war dann ist man raus im Prinzip aber American Horror Story da geht's aber steht da ist also wer weiß keine Ahnung guck mal haben mir meine Eltern geschickt als ich 100.000 Abonnenten bekommen habe das ist doch lieb oder vielen Dank die gucken auch geradezu wahrscheinlich also nicht nur wahrscheinlich weiß ich sogar ähm ähm Clippers Game nicht die Lakers meine Freundin fragt mach bitte einen Dreh auf einem Clippers Game was das Basketball ähm ja ich war noch nie bei einem bei irgendeiner Sportveranstaltung hier also einer größeren eines Tages vielleicht ähm ich weiß nicht wie es ist ob man da filmen kann wahrscheinlich nicht beziehungsweise nicht erlaubt aber man kann es einfach machen weil es die meisten dann doch nicht interessiert gibt es in Amerika Snooze äh ist nicht so wirklich verbreitet glaube ich ich weiß noch als schwedische Freunde von mir hier waren die waren die hatten sehr viel Snooze äh äh intus sagt man das so ja also aber hier äh ist das eher zumindest hier in Süd äh Kalifornien eher nicht fährst du Motorrad nein leider nicht äh aber ich wollte mal ich wollte mal ähm ähm einen Motorrad Führerschein wenigstens machen und das kann man hier tatsächlich an einem Wochenende machen einfach das kostet glaube ich 250 Dollar 200 Dollar dann kriegt man drei Tage Einführung und Kurs und am Ende hat man den Führerschein super easy wenn man den Führerschein wenn man schon fahren kann kann ich halt nicht wenn man schon fahren kann dann kostet das glaube ich ein paar Dollar den Führerschein zu machen hier den Motorrad Führerschein aber ich würde schon so einen Kurs machen und dann auch berichten wie das abläuft und so weiter vielleicht interessiert sich ja jemand dafür verabredest du dich hin und wieder mit deutschen Touristen ja also manchmal so spontan das Ding ist das ist für mich schwer einzuplanen ähm auf jeden Fall wenn Patreon da auf jeden Fall schon sehr oft und dann hier und da mal wenn jemand über Instagram schreibt ähm da habe ich dann aber auch also von den Patreonen immer super Erfahrungen aber dann auch mal von außerhalb nicht so eine gute Erfahrung gemacht oder auch wenn einem geschrieben wird und man das dann ich meine die meisten Nachrichten auf Instagram übersehe ich dann schon weil ich einfach nicht ich habe irgendwann ist mir aufgefallen ich hänge so viel auf Instagram rum und Social Media das ist einfach nicht gut und auch in den Chats und ich übersehe einfach dann selbst habe dann über selbst ähm Nachrichten von Familie und und äh Freunden oder wichtigen Geschäfts Nachrichten übersehen und so weiter weil ich dann zu viel drauf war und und äh auch Nachrichten halt von Zuschauern etc also ich gucke immer wieder rein natürlich aber ich übersehe dann auch mal wenn jemand sagt hey wir sind nächste Woche da und dann kam einmal da habe ich halt eine Nachricht übersehen von jemandem hey wir sind in fünf Tagen in LA oder was weiß ich können wir uns treffen und dann habe ich das natürlich habe ich es natürlich aber ich habe es nicht gesehen und dann kam irgendwie zwei Wochen später die Nachricht mhm das kann ich echt nicht das ist ja echt unglaublich dass du das das wäre so einfach gesehen du hättest dich ja einfach mit uns treffen können wie kannst du nur unsere Nachricht übersehen du hast jetzt vier Zuschauer verloren das hätte ich echt nicht gedacht also so eine Nachricht ich denke was ist denn los mit manchen Leuten so und seitdem seitdem das war das hat das war echt ich denke da hatte ich erstmal gar keine Lust mehr aber ja allgemein vor allem vor allem das beste ist ich habe schon öfter mal hier was weiß ich gerade an touristischen Orten wie Santa Monica mal jemanden getroffen von Zuschauern und da hat man immer eine interessante Unterhaltung also das finde ich immer super wenn das so spontan auf den Straßen von L.A. passiert aber ja genau und in dem ich bin dann super also es ist Wahnsinn dass jemand dass jemand zu treffen so zufällig das ist der Hammer jedes Mal freue ich mich da mega drüber und wie gesagt es ist halt auch wenn jemand hier als Tourist ist und mir dann von den Roadtrips erzählt oder was sie hier machen das ist dann auch immer interessant natürlich für mich weil darum geht es ja auf meinen Kanalen Kanalen Kanel Kanal Kanol Kanolis auf meinem Kanal erstmal hier vielen Dank äh for you das ist äh ah ja hier ein Kaffeebecher Inilo Tempore Inilo Tempore Inilo Tempore Inilo Tempore ja Inilo Tempore Inilo vielen Dank an dich danke dir für den super Chat ähm so äh da kam gerade was mit Ludwig Kaiser Ludwig Kaiser ein deutscher WWE Wrestler also im in dem Show Wrestling WWE richtig cool richtig groß dabei er und noch zwei andere und äh den kenne ich über einen meiner besten Freunde der in Deutschland auch Wrestler war wir haben uns schon viel unterhalten super netter Typ er hatte mich dann auch eingeladen bei WWE zuzugucken das war dieses Jahr war ich dieses Jahr das war der Hammer das war super super äh Entertainment äh 100% der Hammer und ähm der dann wollten wir uns noch treffen aber die sind so krass unterwegs die sind jeden Tag in einer anderen Stadt ähm und ja dementsprechend war es dann leider hat es nicht geklappt aber irgendwann würde ich gerne mal äh ja also hatten wir glaube ich auch schon drüber geredet irgendwann mal ein Interview oder so zu machen wie er da reingekommen ist wie das passiert ist das einzige ist ich weiß nicht genau wie stark die Wrestler in Charakter bleiben müssen auch außerhalb der WWE in Interviews das ist die einzige Frage ob er da überhaupt drüber reden kann weil ihr wisst ja das ist ja ähm die meisten also Wrestler sind ja das ist ja ein Charakter das ist ja nennt man Gimmick im Wrestling Bereich also The Rock war damals ein Charakter Hulk Hogan das ist ein das sind alles äh Charaktere ähm quasi die sie dann spielen das ist wie Theater aber sie hauen sich aufs Maul dabei so Super Chat funktioniert irgendwie nicht hm keine Ahnung also sollte eigentlich an sein funktioniert wohl bei anderen aber ja also keine Ahnung äh da 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 wo bin ich hier gelandet wann bist du wieder in Deutschland im Dezember was Wrestling ist doch echt ganz genau Franco so ist es das geile war als ich da war da war Rey Mysterio Junior der hatte da der hatte da seine Abschiedsrede und so weiter oder war in der Wall Hall der Wall of Fame der Hall of Fame seine Rede das war ganz schön emotional muss ich sagen also da sind da hab ich schon fast Tränen vergossen das war richtig cool kennst du Schwarzenegger persönlich nein hab ich auch noch nie getroffen seinen Sohn hab ich jetzt äh zweimal getroffen haben wir auch ein Interview mit ihm aufgenommen ähm für X Faktor und so netter Typ den Joe Baena äh Tim Wiese immer noch Wrestling Tim Wiese wer ist das der war der nicht mehr Torwart oder so äh komme gerade frisch aus San Francisco Las Vegas und LA deine Videos haben mir sehr geholfen danke besonders San Francisco ist momentan sogar schlimmer als in deinem Video leider LA fand ich super wenn auch etwas vermüllt ja LA auf jeden Fall in manchen Gegenden super vermüllt Las Vegas in manchen Gegenden so sauber also ich war echt überrascht also blitz äh blitzblank deswegen ist es natürlich auch sehr viel kleiner als Los Angeles San Francisco schade zu hören André ja erstmal cool dass es helfen konnte ja San Francisco hat mir deswegen auch nicht so wirklich gefallen und ja Ray Mysterio hat doch gegen Logan Paul gekämpft das weiß ich nicht wann triffst du dich wieder mit Leben USA hoffentlich bald ähm haben wir länger nicht also länger nicht gesehen war das Anfang dieses Jahr die Zeit vergeht manchmal schnell aber wir sind immer mal im im äh Kontakt ja Tim Wiese war Torwart bei uns in Bremen ja guck war er doch Hannover Süd äh liebe Grüße nach Hannover Süd würde ich sagen an Hannover Süd vielen Dank erstmal an dich für den super Chat Chad mit D Moin Aramis hast du für nächstes Jahr bereits Ideen für ein, zwei neue Orte die du gerne in den USA entdecken möchtest ja äh ich möchte und das steht wahrscheinlich auch an weil meine Eltern mich besuchen kommen nächstes Jahr und wir haben einen großen Roadtrip zusammen geplant und da werde ich wahrscheinlich die Kamera auch mitnehmen ähm ich will auf jeden Fall ein paar Nationalparks sehen im Frühling endlich Yosemite dann auch noch den Bryce Canyon diesmal war ich nur in Sion äh ob das jetzt der gleiche Trip sein wird weiß ich nicht aber dann würde ich auch gerne mal Richtung mehr Mitte des Landes Texas etc und ähm ja auf jeden Fall äh die ganzen Nationalparks die so von hier Arizona äh Utah Nevada Idaho sind Yellowstone das wären schon coole Sachen also jetzt vor allem wo ich im Sion National Park gerade war das war so heftig das war Wahnsinn also die Aussichten da und ähm richtig cool äh ein, zwei Leute sind ja auf Instagram dabei die haben ja dann die Storys gesehen und die Aufnahmen von der Kamera sind wahrscheinlich dann besser als vom Handy und ich glaube da werdet ihr ein paar sehr schöne Aufnahmen sehen und es ist wirklich klasse auch nur einen Tag dort zu verbringen wir sind acht Stunden lang da durch die Gegend gewandert ähm war wirklich super äh moin würdest du L.A. als ersten Stop für einen US Road Trip empfehlen für alles erste Mal in USA ja Manuel also es gibt ja viele Flüge nach L.A. so deswegen ist es ein ganz guter erster Stopp ähm wenn man dann außer also wenn du jetzt davon redest dass du mehrere Orte sehen möchtest also L.A. und dann vielleicht ein bisschen rumfahren und dann am Ende wieder in L.A. und wieder zurückfliegen das Ganze kann man natürlich auch von Las Vegas starten zum Beispiel wenn man guten Flug dorthin findet aber ja L.A. Las Vegas San Francisco ich bin einfach kein San Francisco Fan äh die Erfahrung dort das ist einmal interessant also ich würde es auf jeden Fall als Zwischenstopp einbauen aber ich will da nicht mehr Zeit verbringen es war irgendwie ja ich finde es super interessant vor einem Mal und es gibt super schöne Orte dort aber weiß nicht es war einfach keine gute Stimmung dort irgendwie Las Vegas war witzig aber ist auch nicht ein Ort wo ich jetzt eine Woche verbringen würde ich persönlich aber ich habe oft auch persönlich Freunde die jedes Jahr in Las Vegas sind mal so also es gibt Leute die sind echt Las Vegas Freunde und ja genau Cezalion zweiter Versuch ich habe es eben schon gesehen und vergessen zu sagen Cezalion ein cooles Fantasy Musical also dahinter ist jetzt nicht das ganze Musical sondern die Person hinter dem Musical also liebe Grüße an dich erstmal bin ich noch nicht zugekommen ähm du hattest mir die Karaoke Version auch geschickt oder ich habe einfach sehr viele ich du hast gesehen vielleicht ich habe seit drei Wochen auch oder vier Wochen wieder kein Lied hochgeladen aber ich habe eins zwei die ich unbedingt aufnehmen möchte auf der Liste also andere Songs und bin gerade eher nicht im Musical Aufnahme Bereich unterwegs aber das sollte sich auch bald wieder ändern und das eine was du mir geschickt hast das fand ich sehr gut und das würde wäre wahrscheinlich das auf der Liste gibt es an jeder Tankstelle Diesel zu kaufen ich glaube schon also ich sehe es zumindest immer aber vielleicht liegt der falsch weil ich gucke nicht nach Diesel weil ich brauche keinen Diesel aber normalerweise sehe ich auch immer Diesel an gewissen Zapfsäulen nicht an jeder Zapfsäule aber ich glaube an den meisten Tankstellen äh danke dir Abdul im Sion National Park war die Angels Landing Wanderung der Hammer ich glaube das ist auch so die beliebteste und ist wahrscheinlich die Nummer 1 Empfehlung und die ganze Wanderung also da man kann da endlos weit hochwandern und es hört einfach nicht auf super cool bist du vielleicht mal in Kanada würde mich voll interessieren auch die Unterschiede zwischen den Staaten Ananas 95 war ich noch nie tatsächlich und oh krass sind 1000 Leute hier danke fürs Einschalten danke dass ihr dabei seid hier am Sonntagabend Kanada war ich noch nie und würde ich gerne mal hin steht jetzt gerade nicht so auf der Reiseliste weit oben aber vielleicht verschlägt es mich zufällig mal dorthin dort wird natürlich auch viel gedreht in Vancouver zum Beispiel auch in Toronto und sollte ich da zufällig irgendwann mal drehen dann werde ich natürlich das wieder mit YouTube Videos verbinden so wie ich das gerade in New York und in Rom gemacht habe also Kanada wäre auch für mich interessant und es sieht super super schön aus also absoluter Wahnsinn die ja man hört in deinen Videos oft den Straßenverkehr im Hintergrund ist bei dir an der Straße so viel los ihr habt's gleich ihr habt's gleich gleich sorry gleich nicht gleich ich kann nicht reden ja leider schon das ist das einzige große Manko an dieser Wohnung alles andere ist top an der Wohnung die Größe der Preis alles ist super leider aber recht laut die Straße und deswegen hört man das auch in den Videos und ich habe hier zum Beispiel das Ding ihr müsst bedenken ich habe hier fünf große dicke Umzugsmatten und ja quasi die man auch im Tonstudio aufhängt um zu dämmen vor meinem Fenster ich habe hier kein Fenster in diesem habt ihr in dem letzten Video in dem Video letztens dem Wochenvlog gesehen so sieht das hier aus da ist eigentlich ein Fenster aber die Verglasung hier das ist einfach verglast und da kommt so viel Lärm dann auch durch also die ähm Isolierung was Ton betrifft und alles betrifft kann man in den meisten Wohnungen knicken obwohl die Qualität der Wohnung echt gut ist muss man sagen ja genau ähm ja aber man hört es leider 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 gibt es deutsche Serienproduktionen die in den USA beliebt sind Dark haben sehr viele geguckt T-Hoff das ist glaube ich die beliebteste deutsche Produktion der letzten Jahre gewesen ich habe gerade gehört dass eins zwei gute Netflix deutsche Produktion rausgekommen sind die habe ich aber noch nicht gesehen und die sind bei mir im Netflix auch irgendwie nicht empfohlen worden dann die Barbaren war glaube ich relativ also jetzt nicht super erfolgreich aber haben schon ein zwei Leute mich darauf angesprochen im Sinne also aus dem Freundeskreis hey da ist gerade diese deutsche Serie ähm Moment war aber eine Netflix Produktion ging es nicht darum also ja eine deutsche Netflix Produktion äh Moment genau also Dark auf jeden Fall ja äh Aram ist sowieso bald nach Beverly Hills ich würde glaube ich egal wie viel Geld ich habe niemals nach Beverly Hills ziehen selbst wenn ich diese Beträge verdienen würde die mich dort hinführen könnten wären es andere bei äh Orte in LA die sehr viel attraktiver sind für mich zum Beispiel Toluca Lake Hammer ähm oder ein bisschen weiter raus hier hört ihr jetzt zum Beispiel auch gerade ein Flugzeug vielleicht das hört man auch gerne würdest du bei Seven vs Wild mitmachen Seven vs Wild kennst du das Format die Frage kommt immer wieder Benni ich habe es noch nie wirklich geguckt also so ein bisschen ich glaube natürlich schon oft davon gehört ist ja super erfolgreich aber ja mitmachen weiß ich nicht ich müsste das erstmal gucken wie das genau abläuft um zu sagen können ob ich dort mitmachen würde ich hasse es draußen zu schlafen ich bin überhaupt kein Zelttyp ich sehe aus wie jemand der dauernd zeltet ich hatte die Konversation mal mit Bill von Leben USA ich glaube das war sogar in einem der Videos von uns dass wir beide keine Zeltfans sind dann muss ich mir eine Kiste eine Holzkiste mitnehmen ich schlafe lieber in einer Holzkiste als in einem Zelt ich brauche harte Wände neben mir vielleicht wurde ich im früheren Leben mal in einem Zelt ermordet man weiß es nicht vielleicht ah ja sorry das wollte ich auch eben sagen danke dass du es nochmal sagst Thomas da hast du gut die gewunken dass ich es sehe kurze Location Videos zu sehen würde der Community gefallen dir stehen ja auch schon wieder seit einer Weile einige auf der Liste sage ich mal die große Liste die nicht existierende Liste deswegen vergesse ich es auch immer wieder ähm was wollte ich sagen ach ja genau also Modern Family zum Beispiel und da habe ich aber auch Bock drauf das heißt das wird wenn ich dann wieder die nächsten Videos aus L.A. mache wenn ich die nächsten Videos aus L.A. mache auf jeden Fall Fahrradtouren und Location Touren und zwar die erste wahrscheinlich Modern Family dann das Büro weil da kenne ich viele Locations und dann Fahrradtouren ich müsste aber überlegen was überhaupt noch interessant ist vielleicht Long Beach oder so was wollte ich sagen zelten ist Landstreicherei ganz genau da muss ich mir den Kopf wieder für rasieren aber da muss ich auch meinen Bart abrasieren deswegen wird das wahrscheinlich eine Weile dauern entweder nur Kopf entweder Haare rasieren aber Bart oder Bart rasieren aber Haare aber beides gleichzeitig das werdet ihr hoffentlich niemals sehen bei mir äh ah ja im Westen nichts Neues ich weiß nicht ob es um Serien ging oder deutsche Produktion gerade im Westen nichts Neues war natürlich super erfolgreich hier der hieß hier All Quiet on the Western Front also alles still an der westlichen Front All Quiet on the Western Front im Westen nichts Neues letztes Jahr Oscar Gewinner für äh ausländischen Film ja so so kann man sich täuschen ne ich bin super gerne in der Natur ich gehe sicher gerne äh erstmal Moment Lena bevor ich da weiter rede äh liebe Grüße an Totoro Nick Totoro beste Katze des Universums man kennt ihn aus meiner Story liebe Grüße auch an dich ähm wo kann ich nochmal auf deine Musik zugreifen Klavier und Gesang gefällt mir bei dir sehr gut Sebastian das meiste habe ich auf Instagram an von wenn ich so Musik Cover mache und so weiter aber ich arbeite daran dass ich mal irgendwas online auf den ähm also Klavier und Gesang online habe irgendwann mal da arbeite ich gerade dran äh äh sonntags mal wieder live von Beach oder Downtown das wäre auch mal eine Idee das wäre mal eine gute Idee ich wollte ja eigentlich in Las Vegas live gehen aber wir waren einfach zu kurz da da musste ich wirklich filmen 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 kann man überall mit der Drohne filmen braucht man eine oder braucht man eine Erlaubnis nicht überall zum Beispiel in Las Vegas kann man an sehr vielen Orten nicht die Drohne starten wenn man zum Beispiel wenn man eine DJI Drohne hat die ja so ein äh das selber blockiert quasi Las Vegas ist nicht gerade gut um mit der Drohne zu fliegen ist halt auch sehr klein und dann sind überall Flugplätze da auch Privatflugplätze das heißt es ist schwer äh aber ich habe zum Glück Stock Footage von der Drohne da und ich bin in einer Wohngegend mit der Drohne geflogen das seht ihr dann zumindest da das wird auch im Video eine Wohngegend in Las Vegas was wahrscheinlich viele überraschen wird aber an vielen Orten kann man fliegen in den USA muss man immer vorgucken Nationalparks zum Beispiel absolutes No-Go ähm ich weiß noch No-Go hat früher mal niemand gesagt und dann hat das immer Heidi Klum gesagt das ist ja No-Go das war jetzt random diese Information wie bin ich darauf gekommen manchmal verstehe ich mein Gehirn nicht auf jeden Fall Drohnen kann man an vielen Orten fliegen natürlich nicht in der Nähe von Flugplätzen und in gewissen Städten ist schwierig und vor allem Nationalpark ist absolut nicht gar nicht äh soll doch der ja haha Michael ähm beziehungsweise ich wollte gerade sagen Michael 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 Lichter an dem sind wir auch vorbeigef vorbeigefahren an dem Flughafen und wir haben sogar Flieger gesehen die in die Area 51 fliegen das war interessant kannst du deine Musik auf Artlist stellen ich nutze die Seite auch ach cool ist die auch benutzt ja ich selber werde es wahrscheinlich nicht machen ich werde es nur auf Spotify etc. haben so persönlich wahrscheinlich denke ich mal ja habe ich zumindest nicht geplant ich weiß gar nicht wie wie das abläuft mit Bezahlung Künstler etc. mit Artlist wahrscheinlich nicht besonders gut hast du den auch einen Dollar auf einen Spielordnobaten gesteckt das hat der René für mich gemacht und er hat sogar was gewonnen wir haben da direkt das 18-fache rausgeholt von einen Dollar findest du die amerikanische Mentalität besser wie die deutsche ich sage es ja oft in meinen Videos es ging ja auch gerade in dem letzten Video wieder darum Mentalität etc. und es gibt jeder Ort oder jede Mentalität da gibt es was Gutes dran da gibt es was Schlechtes dran hier sowie als auch in Deutschland da gibt es positive und negative Dinge das heißt besser also was Arbeit betrifft und so Karriere etc. und Motivation an sich das finde ich in Amerika besser und dann andere Dinge finde ich sehr viel besser in Deutschland man kennt Deutschland ja auch Casino kann süchtig machen ja ich ich bin überhaupt kein Glücksspieler und ich empfehle es niemanden will ich an dieser Stelle sagen sage ich auch in meinem Las Vegas Video absolut nicht dazu bin ich viel zu geizig aber ja das ist nicht mein Ding Glücksspiel an sich absolut nicht so Sabine herzlich willkommen noch eingeschaltet welchen Schauspieler den du im vergangenen Jahr live gesehen hast oder getroffen hast war ein Highlight für dich war ein A-Promi dabei wo hast du ihn gesehen getroffen ich hatte äh gut Seth Rogen zum Beispiel hatte ich ja dann mit ich fand das ist zwar kein A-Promi aber für mich persönlich war Ilja Baskin den habe ich auch gerade im letzten Video erwähnt der hat bei Spider-Man den Landlord gespielt also den Vermieter den finde ich so witzig der hat früher mit Robin Williams zusammengearbeitet das ist so ein witziger der ist so lustig einfach in Person ich habe vergessen wie alt er ist aber also schon ich glaube ist er schon über 80 mal kurz gucken ne 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 noch nicht aber auf jeden Fall in den 70ern der ist so witzig ich bin so froh dass ich da bei The Rookie mit ihm zusammen am Set sein konnte der war der ist echt ein lustiger Typ der Ilja Baskin das hat mich super gefreut ähm ich hatte dann das war aber nicht in diesem Jahr glaube ich ich hatte Aaron Paul für eine Werbung da habe ich so ein bisschen gedoubelt und Aaron Paul habe ich auch öfter mal erzählt also von Breaking Bad ist ein super super netter Typ fast genau wie sein Charakter wie Jesse nur nicht ganz so äh nicht ganz so wie soll man sagen nicht ganz so nicht so kriminell die nicht kriminelle Version von Jesse aber wirklich im echten Leben redet er genau so und das ist super nett äh also das merkt man so wenn so ein A A man sagt ja hier A-List also A-Promi sagt man auch in Deutschland ne ähm an ein Filmset kommt ah naja natürlich Danny Trejo war auch super ähm wenn so ein A-List Celebrity ans Set kommt und das erste was er macht ist zu jeder einzelnen Person zu gehen und Hallo zu sagen der ist zu jeder einzelnen Person gegangen hat Hallo gesagt ah cool freu mich auf heute und fertig das macht schon so einen großen Unterschied und genau so lief dann auch der ganze Dreh ab sag ich mal ist ein super netter Typ Claudia die Arbeit ruft zu dieser Stunde dann äh eine gute Nachtschicht wünsche ich ne vielleicht bis in den nächsten Mitglieder-Stream übrigens auch danke an alle Mitglieder und Patreon die hier sind extra nochmal und natürlich auch danke an alle Zuschauer nochmal das kann ich alle 20 Minuten auf jeden Fall sagen hier mal ähm so ist das. Aber zwei in neun Jahren immerhin. Aber jedes Mal halt 400 Dollar. Das ist halt ein bisschen teurer hier, wenn man zu schnell fährt. Aber man wird halt auch nicht, es gibt halt keine Blitzer, deswegen wird man normalerweise nicht dabei erwischt. Ich empfehle niemanden, zu schnell zu fahren. Hier, danke übrigens für dein tolles Klavieralbum. Genau, ich habe ja, also Klavier habe ich auf Spotify schon, nur Klavier, sehr alte Musik von vor 12, 13 Jahren. Aber, genau. Freut mich trotzdem, dass es manchen Leuten gefällt. So wie dir, Sören. Also vielen Dank, das freut mich mega. Es gibt im Prinzip nichts, was mich mehr freut, als wenn jemand die Musik anhört. Die bedeutet mir nämlich sehr viel. Danke an dich, Sören. Und natürlich auch danke für den super Schade, super Schad, wie man nichts sagt. Vielen Dank, hat mir unglaublich gefallen, sagt er. Dankeschön. Und bin auch großer Fan von Two Steps from Hell und Filmmusik. Two Steps from Hell finde ich auch super geil. Die machen so epische Soundtrack, Instrumentalmusik, teilweise auch mit Gesang, aber richtig, finde ich auch richtig geil, gerade beim Training oder beim Laufen oder so. Da fühlt man sich gleich an, als würde man durch Gondor oder Arzeroth laufen. Filmmusik natürlich auch eins meiner Lieblingsgenres. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. So ist es. Hast du momentan eigentlich Jobsprojekte? Im Prinzip wenig, also nur eigene Sachen. Wir machen ja Trainings für Schauspieler. Wir drehen hier und da mal was für andere Schauspieler, so als mit unserem Team und machen eigene Projekte. Das ist im Prinzip alles. Und halt hier mein YouTube-Kram. Und wie gesagt, arbeite an meinen eigenen Sachen so ein bisschen, dass ich das mal auf die Reihe bekommen, was Musik vor allem betrifft. Ha! Mephisto wurde ignoriert. Mephisto sollte man besser ignorieren, sonst passiert was. Ja, du sagst, gibt es in den USA auch einen Markt für Theaterschauspiel? Wäre das auch was für dich? Theater, ich habe immer wieder so, ich komme ja vom Theater, sage ich mal. Damit habe ich angefangen und ich habe immer wieder diesen, das innere Bedürfnis Theater zu machen. Das Problem in Los Angeles ist das absolut nicht lukrativ und wenn man selbst, ja ich sag mal, mit seinen eigenen Sachen viel zu tun hat, mit meinen eigenen Projekten, YouTube etc., dann ist Theater hier ein sehr großes Zeitinvestment und man wird meistens nicht mal dafür bezahlt. Das heißt, das hält mich immer so davon ab. Davon abgesehen, selbst in L.A., was ja eher nicht bekannt für Theater ist, gibt es auch ein, zwei größere Theater, Theatertacher und natürlich in New York, Broadway, auch in Chicago zum Beispiel, meine ich, gibt es eine große Theaterszene. eine, also es gibt ja schon ein, zwei Städte, wo es mehr Theater gibt. Musical ist etwas, was ich sehr gerne mal wieder machen würde. Ich bin Fan von diesen klassischeren Musicals wie Sweeney Todd oder Les Miserables. Das wäre ein Traum, in Les Miserables zum Beispiel mitzumachen. Da würde ich auch in der kleineren Produktion auf jeden Fall mitmachen, weil ich einfach, das wäre ein absoluter, absoluter Traum. Oh, Helmut, GST, Hamm, willkommen bei allgemeiner Support, danke fürs Beitreten. In diesem Sinne auch an Mati, sorry, ich habe das, ich habe, das gibt es ja auch die Nachrichten, ich hoffe, ich habe die bisher nicht gesehen, aber danke an alle, auch Sören und danke an die, die dabei sind. Wir machen immer, weil, kann ich an dieser Stelle mal sagen, das erwähne ich ja nie in Videos, aber an euch, wir machen einmal eins bis manchmal sogar zweimal im Monat so Mitglieder- und Patreon-Streams, das ist dann in kleinerer Gruppe mit, da sind meistens vielleicht 40, 50 Leute dabei, da kann man auch easy alles beantworten, was heißt easy, manchmal ist es auch schwer, weil ich, so wie jetzt gerade, in Monologe verfalle, im Prinzip ist ein Livestream immer ein Monolog, aber nicht aufhöre zu reden und dann genau, also danke an euch, aber nur mal als kleine Info, haltet danach Ausschau, die gerade dabei sind, also in der Mitgliederschaft, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme, ganz genau, äh, so, Theater gibt es hier schon viel, ah, in Columbus, 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 Cleveland, sagt er zum Beispiel, der Hank Luce, ähm, ja, scheinbar ist er aus Columbus oder wohnt dort, also gibt es dort wahrscheinlich einiges, ähm, kann man von dir Musik für Videos benutzen, Lizenzfreien oder mit Lizenz und was kostet das? Frank, ich habe, also meine Musik, die man jetzt gerade, ich sage es einfach mal, weil es mir relativ egal ist, was die, die ich jetzt online habe, könnte man, glaube ich, weiß nicht genau, wie das ist, aber ich habe nicht irgendwas aktiviert, dass man, äh, dafür, damit ein Problem kommt, das Ding ist, und das habe ich leider bei Bands, Freunden von mir, die Musik machen, Bands, etc., erlebt, ähm, ich habe deren Musik immer mal benutzt, weil die geil ist und weil ich gerne Musik von Freunden benutze und damit habe ich irgendwann aufgehört, weil, was mich sehr froh macht, die sind ein bisschen erfolgreicher geworden, die sind dann irgendwann in einem Label gewesen und plötzlich war die Musik, die ich von ihnen eingebaut hatte, nicht mehr Lizenz frei und dann wurden erst mal 50 Videos von mir auf einmal geclaimt, ähm, dass sie nicht mehr moneti-, das heißt gar nicht monetarisiert, ne, das heißt monetisiert eigentlich, liege ich damit richtig oder falsch? Also, die wurden dann demonetisiert oder demonetarisiert, was ist das echte Wort? Ähm, auf jeden Fall war das ein Problem und ich will natürlich nicht, dass das irgendwann mit meiner Musik passiert, weil man verliert da so ein bisschen, also nicht vollständig die Kontrolle, aber es wird dann sehr kompliziert. Ich hatte ja viel Musik mal auf YouTube online, aber den Kanal, die habe ich eher runtergenommen, weil ich damit vielleicht irgendwas machen will. Egal, also ich würde es eher, ja. Frank, äh, falls du Instagram hast, einfach so gesagt, falls du Instagram hast, Frank, und dir ein bestimmtes Stück gefallen sollte, das du gerne benutzen würdest, kannst du mir das schreiben und dann kann ich dir sagen, das kannst du auf jeden Fall benutzen. Ähm, und sollte irgendwann irgendwas jemals damit passieren, dann hast du das auf jeden Fall schon mal als Beweis. Also, falls du mir da schreiben könntest, wäre das ganz cool. Oder irgendwie so. Mit welcher Kamera filmst du jetzt aktuell? Diese Kamera ist, äh, Sony Alpha 7 S3. Die benutze ich seit mittlerweile drei Jahren, glaube ich. Now would be a good time to insert ads. YouTube möchte Geld verdienen. Die möchten, dass ich hier Werbung einbaue. Das ist geil, steht da einfach plötzlich. Äh, bitte eine Werbung schalten. Nein, machen wir nicht im Livestream. Ähm, machen wir, wenn ich den Livestream danach oben lasse, baue ich ein paar Werbung rein. Aber nicht während des Livestreams. Vielen Dank an Frank Herchenbach. Danke an dich, ähm, für den Beitritt. Und Saxony, Saxony of Truth 79. Was ist das für eine Zahl? Zehn? Zehn, eins, null. Also, vielen Dank an dich für den Super Shard. Was ist mit den Kohlen? Ewigkind, Moneten. Ähm, was hältst du von Wasp? Äh, W-A-S-P. Muss ich mal wieder rein? Also, ich hab überhaupt gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Das mach ich. Ich screenshote das mal eben. Oldschool Death Machine, bester Name. Ähm, ich hab den gar nicht im Kopf gerade. Kenn ich natürlich. Aber ja. Genau. Monetarisiert. Dämonisiert. Äh, ich wurde dämonisiert. Den find ich gut. Sehr kreativer Kanalname. Und sehr kreatives Wort. Äh, monetarisiert. Okay, doch monetarisiert. Let's celebrate the first. Was sind das für komische Vorschläge von YouTube hier die ganze Zeit? Entspannt euch doch mal im YouTube. Celebrate the first Super on a Livestream. Was? Dämonetisiert höre ich öfter. Okay, wir schlagen es jetzt einfach mal nach. Dämonetisieren. 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 Nicht Dämonetisieren. 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 Man weiß es nicht. Äh, bodenlos. Könntest du deinen Trainingsplan veröffentlichen? Bin da sehr interessiert dran. Tatsächlich habe ich mittlerweile keinen Trainingsplan mehr. Ich trainiere sehr nach. Also schon irgendwie im Hinterkopf. Aber nichts, wo ich sage, ich muss jetzt diese drei Übungen machen. Dann diese drei Übungen. Mit dieser Anzahl von Wiederholungen. Schon länger nicht mehr. Äh, habe ich keine Lust zu. Und wenn man 14 Jahre lang trainiert, hat man es auch irgendwann drin. Wenn ich jetzt einen Wettkampf machen würde wieder, dann vielleicht schon. Wäre ich ähm, ich habe natürlich meine alten Trainingspläne, als ich angefangen habe zu trainieren, die waren da sehr, sehr, sehr im Detail und sehr spezifisch. Beziehungsweise waren auch normale, klassische Fitness-Bodybuilding-Trainingspläne. Da war jetzt nichts Besonderes dran. Die habe ich noch. Die könnte ich mal irgendwie, baue ich gerne mal in den nächsten Wochenvlog oder so. Wenn ich mal ein Training einbaue oder so, baue ich da gerne ein. Dann könnt ihr euch den kopieren. Also ist jetzt wirklich nichts Besonderes. So einen Trainingsplan wie meinen, den findet man nach zehn Sekunden im Internet, weil es wirklich super Klischee ist. Äh, außer ich jetzt mittlerweile halt nicht mehr, weil ich dann auch Reifen schmeißen einbaue oder Reifen schmeißen oder äh, also immer wieder auch funktionale oder funktionelle Übungen einbaue. In Rocky Beach war ich, glaube ich, nicht Ananas 95. Warte gerade auf den total verspäteten Flieger. Ein Glück, dass du live bist. Ja, dann gutes Gelingen an den Flughafen. Liebe Grüße an den Flughafen, Thilo. Ich hoffe, der Flug kommt bald. Nimmst du Kreatin? Kannst du es empfehlen. Kreatin, würde ich sagen, ist das beste Nahrungsergänzungsmittel, das es gibt, das wirklich als einzigen, der eine der einzigen Nahrungsmittel, eine wirklich wissenschaftliche, bewiesene, gute, wertvolle Wirkung hat. Äh, das ist das einzige, was ich absolut, nicht das einzige, aber das, was ich am meisten empfehlen würde, auf jeden Fall. Ähm, hast du in der letzten Zeit was gratis bekommen? Gratis. Hm, gute Frage. Hm. Gute Frage. Da kriege ich gleich einen Schweißanfall, wenn ich das nicht direkt weiß. Das geht gar nicht. Ähm, ich bin gratis nicht in Gefängnis gekommen an der Area 51. Das ist schon mal gut. Da war gerade irgendwas. Moment, habe ich das übersehen. Da. Anja. Sorry. Äh, das ist schon voll weit oben. Ich hoffe, du bist noch da. Ich hoffe, das war nicht alt so weit. Hä? Let's Celebrate. Ach, deswegen, weil das da auch stand. Okay. Sorry. So. Anja. Sorry, dass ich das übersehen habe bis jetzt. Das will man natürlich nicht übersehen, die Superchats. Also vielen Dank erstmal dafür. Jetzt muss ich dich, äh, unbedingt nochmal fragen. Ist es möglich, dich mal irgendwann persönlich kennenzulernen? Wenn man, äh, wenn wir nach Kalifornien ziehen. Mein Mann, die Kinder und ich sind begeisterte Fans. Erstmal nochmal vielen Dank. Und, äh, an die Kinder. Und, oh, oh, wenn Kinder zugucken, dann muss ich aufpassen, was ich sage. Jetzt muss ich mich doch zensieren. Ich bin eigentlich gegen Zensur, äh, was so bestimmte Wörter betrifft. Aber, jetzt muss ich's machen. Ne, aber danke an euch, an die ganze Familie, dass ihr zuguckt. Generell, ähm, vor allem, wenn ihr in Kalifornien seid und dann lange hier seid, sollte das eigentlich immer möglich sein, ähm, weil das einzige Problem ist, wenn jetzt jemand fragt, erstens übersehe ich meistens oder oft die Nachricht und dann ist es zu spät. Aber wenn jetzt mir jemand schreibt, ähm, wir sind drei Tage in L.A. und dann ist es meistens, also oft zeitlich einfach nicht möglich. Aber wenn ihr langfristig hier seid, dann sollte sowas eigentlich möglich sein. So. Oft scheitert es entweder daran, dass ich nichts sehe oder dass es einfach zu knappe Zeit ist. Wenn jemand hier zwei Tage in L.A. ist, dann sind das oft Tage, an denen ich das nicht einbauen kann oder so. Das meiste, was ich mache, ist, ich sage einfach, komm zu meinem Fitnessstudio und wir können uns vorm Training ein halbes Stündchen unterhalten. Das ist so das Easyste. Das Einfachste. Ähm, da muss man natürlich in meine Gegend kommen. Aber das kann man dann meistens einbauen, weil da bin ich sehr oft. Was vermisst du am meisten an Deutschland? Das ist auch immer, ach, das ist ja wieder du, Anja, sehe ich gerade. Ähm, ne, du geiles Ding, du sagst du. Das ging nicht an dich, Anja, sorry. Dein Mann guckt bestimmt auch so. Ne, das habe ich gerade. Oh, oh. Und cancelled. Äh, Irrkopft hat das geschrieben. An mich. Danke, an Irrkopft. Nochmal zurück an Anja. Was vermisst du am meisten? Äh, komm, da werde ich direkt rot. Vielleicht habe ich auch nur einen Sonnenbrand, man weiß es nicht. Was vermisst du am meisten an Deutschland? Äh, das ist so eine Frage, die kommt so oft und jedes Mal ist es irgendwie was anderes bei mir. Kommt immer auf die Zeit an. Natürlich vermisst man die guten Brötchen. Aber auch, ich meine, meine Familie ist die ganz einfache Standardantwort. Meine Familie, beziehungsweise die, die ich immer eigentlich geben kann. Das ist halt nicht spezifisch Deutschland. Aber meine Familie und natürlich auch, äh, ein paar Freunde von mir, die ich seit der Kindheit habe. Und, ähm, ja, dann auch gewisse Tugenden. So, Pünktlichkeit zum Beispiel habe ich auf jeden Fall besser in Deutschland erlebt. Zuverlässigkeit. Aber ich habe hier mittlerweile, das sage ich nicht mehr, weil ich habe hier mittlerweile viele Freunde gekommen, bekommen, gefunden, bekommen. Die gehören jetzt mir. Äh, viele Freunde gefunden, auf die ich mich absolut verlassen kann. Ähm, das heißt, diese Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, das habe ich jetzt auch hier in meiner Freundschaftsschaft. Kreis. Das, da habe ich mich gerade. Das war knapp. Das war's. Das war's. Karriere ist vorbei. Äh, Servus aus Bayern Arabisch. Wird es deinem Merch-Pulli auch noch in Grau geben. He? Und er ist extrem gemütlich. Das freut mich sehr. Weik... Moment. Weikosa oder Weikosa? Das ist die Frage. Ähm, auf jeden Fall danke erstmal für die Bestellung. Und das freut mich sehr zu hören, dass er sehr gemütlich ist. Ich finde ihn auch sehr gemütlich tatsächlich. War sehr positiv überrascht. Ähm, gut, dass du das sagst. Ich habe voll vergessen, dass ich einen Pullover habe. Den hätte ich eigentlich mitnehmen sollen. Weil es war recht kühl. Und ich dachte, hm, wäre ganz cool, wenn ich ein Merch? Ich bin auch bescheuert. Wo liegt der überhaupt? Wo ist mein Merch-Pullover? Wer hat ihn geklaut? Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, wenn Interesse daran ist, kann ich den, kann man, das sollte ja nicht schwer sein. Das ist ja recht schnell gemacht. Muss ich mal den Jungs erzählen, die das aus Deutschland machen. Und, ähm, übersehen. Zeig doch mal dein komplettes Trainingsprogramm. Ich, Mara, ich habe das Gefühl, da interessieren sich jetzt nicht viele von. Aber kann ich gerne, äh, für, kann ich aber gerne mal machen. Früher in meinen Videos habe ich ja, also ihr könnt sehen, wie ich trainiere, wenn ihr meine alten Videos guckt. Weil da habe ich wirklich jedes einzelne Video und Training eingebaut. Das war dann sehr einseitig teilweise, weil ich wirklich in 10 Videos hintereinander irgendwie ein Fitnesstraining drin habe. Aber da habe ich einfach nur gefilmt, was ich mache. Und ich trainiere halt viel. Und dann hatte ich viel Training drin. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so in der Thematik. Aber kann ich gerne mal wieder einbauen im nächsten Wochenvlog einfach ganz genau, wie ich trainiere. Äh, hast du Mr. Olympia verfolgt? Nur ganz wenig über Social Media. Baza Beats ist schon. Moment, Sunday, Sonntag. Oh, da ist gerade eine wichtige Nachricht vielleicht. Oh, jetzt sieht man das auf der Kamera. Auch gut, ich gucke meine SMS an und man sieht es in der Kamera. Nee. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Mr. Olympia. Dieses Wochenende größte Bodybuilding, ähm, Bodybuilding-Wettkampf überhaupt. Äh, ist das schon fertig oder sind sonntags normalerweise noch Sach-, äh, Wettkämpfe? Wer ist ein, äh, also ich habe es nicht wirklich mitverfolgt. Nur so ein bisschen die Classic-Physik und so. The new Mr. Limit Derrick Lansford. Den habe, von dem habe ich noch nie gehört. Krass. Moment. Krass. Okay. Nee, ich habe es nicht so wirklich mitverfolgt und habe auch tatsächlich noch nie wirklich von dem, äh, von dem Gewinner gehört. Okay. Muss ich mir mal nachlesen. Das interessiert mich, interessiert mich. Mache ich danach. Ich lese jetzt einfach ein bisschen. Ihr könnt mir dabei zugucken. So liest man mit dieser Nackenhaltung. Das ist wichtig. Okay. Mal zurück. In den Chat hier. Lieblings-Burger-Kette in L.A. Ähm, Stout Burger & Beer. Ich vergesse immer, wie der heißt. Auf jeden Fall Stouts heißt der. Supergeil. Ähm, ist, ich bezeichne es mal als Kette, weil es ist eigentlich ein Restaurant und Bar. Da gibt es drei Stück von in L.A. oder vier. Also es ist theoretisch eine Kette. Aber das würde ich sagen. Ist meine Kontaktlinse gerade verrutscht? Ich sehe nichts mehr. Kannst du deine Erfahrung mit Fort Bronco erzählen? Also wie ist der Verbrauch? Wie warst du das, der das auch in den Fragen letztens gefragt hat, Fabian? Das habe ich tatsächlich eingebaut in meinem Video und habe es dann doch, das Video war, das war jetzt, was weiß ich, wie lang war das? 30 Minuten? Es war zwischendurch mal 50 Minuten lang. Ich habe wieder ganz viel rausgenommen, das ich eigentlich beantwortet hatte. Und leider ist die, äh, Frage dabei gewesen. Falls du das gefragt hast, ist auf jeden Fall danke für die Frage. Ähm, so. Folgendes. Bronco Sport. Ich habe ja den Bronco Sport. Den Bronco. Man kennt ihn aus den Videos. Ähm, mittlerweile gibt es den auch in Deutschland. Ich habe den Ford Bronco Sport Badlands. Dazu kann ich folgendes sagen. Ich bin immer noch froh, dass ich dieses Auto habe, besorgt habe. Auch gerade wieder auf diesem Roadtrip war ich froh. Ähm, hat auf jeden Fall von Vorteil auf manchen Straßen, die ich gefahren bin. Fährt sich super gut in der Stadt und auch draußen auf, äh, gewissen, äh, ländlichen Schotterstraßen und Steinen und was weiß ich. In dem Sinne, klasse. Ich mag immer noch das Auto. Jedes Mal, wenn ich einsteige, freue ich mich, wenn ich sehe vor mir. Super. Das einzige bzw. großes Problem allerdings. Ich glaube, das war mein letzter Ford für jetzt. Denn das große Manko sind zwei Sachen. Erstens, ich habe es in der Pandemie gekauft. Der Ford Bronco Sport ist 2021 rausgekommen. Da habe ich mir dann auch besorgt. Ähm, und bei vielen Wagen, die während der Pandemie gebaut wurden hier, wurde unglaublich gefuscht. Unglaublich schlechte Verarbeitung. Das Ding hat nach zwei Jahren immer wieder kleine elektrische Probleme. Es gab auch mehrere, eben habe jemand das Video, äh, Wort, das deutsche Wort gerade benutzt. Rückruf. Mehrere Rückrufe, die unter die ich scheinbar nicht gefallen bin, aber die Probleme, die ich online gelesen habe, sind dann auch bei mir entstanden. Also ein paar elektrische, in der Elektrik Probleme, die jetzt nicht schlimm sind, aber nervig, die man dann auf jeden Fall beheben muss. Fällt natürlich alles unter Garantie. Ist ja gar kein Problem. Hier ist das Problem. Das sind mittlerweile so viele kleinere Sachen. Ich bin sofort gefahren, ähm, in die Werkstatt. Und die meinten, ja, die Teile und so weiter, das dauert ein bisschen. Und das zu reparieren, etc. Das kann sein, dass wir das Auto für 1-2 Wochen behalten müssen. Dass es 1-2 Wochen dauert. Ja, aber wir haben keine Leihwagen. So. Und dann, sei mal, zwei Wochen in L.A. ohne Auto. Ähm, mit Garantie, also Probleme, die auf Garantie entstanden sind, die einfach weil schlecht verarbeitet wurde. Und dann kriegt man keinen Leihwagen dafür gestellt. Und dann sehe ich es natürlich, also ich persönlich sehe es da nicht, 1.000 Dollar dafür zu zahlen, um mir für zwei Wochen ein Auto zu leihen. Also, das ist ein großes Markkurs, wo ich sage, das ist kein guter Service. Also, naja. Deswegen war es das für mich, glaube ich, mit Ford beim nächsten Mal. Aber das Auto an sich finde ich immer noch super. Leider. Aber das ist natürlich jetzt eine blöde Sache. Ich werde mir auf jeden Fall, äh, ich hatte, wir hatten einen Bronco-Platten. Krass. Die haben noch eigentlich dicke, aber einen richtigen Bronco oder Bronco-Sport. Wieso? Manchmal muss ich meinen Gedanken zu Ende führen, bevor ich auf was anderes eingehe. Also, wenn ich jetzt nach Deutschland fliege, werde ich da mein Auto abgeben und die werden das alles reparieren, hoffentlich. Natürlich muss ich dafür nichts zahlen. Und wenn die was wollen, dann gibt es aufs Maul. Ganz einfach. Nein. Aber auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall wird das dann bearbeitet, also repariert werden und ich hoffe, dass dann keine weiteren Probleme entstehen. Aber ich lese von einigen Problemen. Gerade, ich habe ja das Badlands-Modell und dann gibt es noch, ähm, ähm, Modelle, die da weiter drunter sind oder Trims nennt man es halt. Ist das Modell? Trim? Modell? Wahrscheinlich nicht, oder? Auf jeden Fall, da sind noch mehr. Mit dem kleineren Motor, da sind noch mehr Probleme, wo ich denke, boah, gut, dass ich doch nicht den genommen habe. Den wollte ich erst nehmen. Naja, auf jeden Fall das dazu, zum Bronco. Ich mag ihn sehr gerne, ich liebe ihn, aber leider Müll. Verarbeitung und Service auch Müll. Ah, ich habe mittlerweile, ich glaube jetzt so 28.000 Kilometer, 29.000 Kilometer, also nicht besonders viel für amerikanische Verhältnisse. Ich habe das Auto über zwei Jahre. Die meisten fahren locker 20.000, 30.000 Kilometer im Jahr. Aber ich fahre einfach, das ist auch das Ding, ich versuche so viel wie möglich dann auch zu Fuß zu gehen, wenn es möglich ist. Oder mit dem Fahrrad zu fahren ins Fitnessstudio gehe ich immer zu Fuß oder laufe hin. Das ist gutes Aufwärmtraining. Und dann fahre ich mal ein paar Tage kein Auto. Aber, ähm, wenn man fährt, sind es meistens weite Strecken. Ich meine, ich habe jetzt, diese Woche bin ich über 1.000 Kilometer gefahren. So. Äh, wie wäre es mit einem richtigen Bronco statt einem Auto? Äh, Mati, Sievi, ja, ich glaube, das würde ich einfach nicht genug nutzen, dass ich, dass es Sinn machen würde. Im Verbrauch, sage ich mal. So, dass ich, und in der Stadt, ich habe gehört, auch auf dem Highway ist der jetzt nicht super komfortabel, der große Bronco. Und ich gehe einfach nicht oft genug offroaden und so weiter, dass es Sinn machen würde. Ähm, was ist, wenn du, ich hatte so eine Angst, eine Panne, Jasmin, zu haben, während ich da in dem Area 51 Gebiet bin, auf der Schotterstraße und dann geht das, dann geht das Auto aus oder so. Und das war's dann. Äh, das wäre auch lustig. Äh, Bürgergeld. Was ist Bürgergeld? Davon habe ich schon mal gehört, aber ich weiß gar nicht, was das genau ist. Gibt's hier auf jeden Fall, glaube ich, nicht. Es gibt hier Burgergeld. Haha, das war witzig. Ähm, äh, Tennessee. Also, ich habe schon viel Gutes von Tennessee gehört, Frank the Tank. Ähm, und zwar vor allem von Nashville, Tennessee. Also, das ist ja ein sehr beliebtes, ein sehr beliebtes Städtchen, auch mit einer großen kulturellen und Musik, Musikszene. Also, ich höre immer wieder Gutes von Tennessee, gerade von Nashville. So. Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld. Ah ja. Wurde, das ist das Rebranding, weil Hartz IV einen zu schlechten Ruf hatte? Oder wie sieht das aus? Oder hat sich auch irgendwas daran geändert? Nashville, Tennessee. Sagt hier. Franco, äh, Franco. 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 Du heißt jetzt Franco, Franco. Franco Corollo. Äh, Nashville, Tennessee. Schön, sagt er. Ich war tatsächlich noch nie da. Ich kann persönlich nichts sagen. Auf Bildern sieht Tennessee und die ganze Ecke super schön aus. Der YouTuber, ähm, Moment, Mike wohnt in Tennessee. Ich vergesse es immer wieder. Mike wohnt in Tennessee. Ja, genau. Ich will nichts Falsches sagen jetzt. Äh, bist ja gerade, glaube ich, nicht hier. Ähm, genau. Äh, könntest du dir eine große US-Road-Tour mit Phil vorstellen? Auf jeden Fall, Akku fast alle. Das ist witzig manchmal, wenn man den Namen vorliest. Auf jeden Fall, Akku fast alle. Ähm, könntest du den großen... Ja, jetzt gerade die drei, vier Tage, vier Tage waren das, war der Hammer. Da kann ich mir vorstellen, das über vier Wochen zu machen. Aber, also man gibt da ja ordentlich Geld aus. Wie viel habe ich jetzt ausgegeben für die vier Tage? Ich will es gar nicht wissen. Ähm, das Geilste wäre, wenn ich mit irgendeiner Tourfirma eine Kooperation mache, die mir vier Wochen lang zumindest die Hotels oder die Unterkunft sponsoren könnten. Und dass ich dann da Videos machen kann. Weil am Ende ist man dann vier Wochen über unterwegs und man kriegt das Geld wahrscheinlich nicht mit den Videos wieder rein. Ähm, und vier Wochen ist ein großes Commitment. Also so als Job quasi wäre das Hammer. Aber jetzt so als große Tour wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern, weil man eben drei, vier Wochen weg sein kann, äh, kann ich gerade nicht und meinen Zeitplan bringen. Vier Tage in der Woche geht mal durch. Aber so eine ganze richtig lange Roadtrip... Tripperei? Tripperei. Klingt wie eine Krankheit. Ähm, was ist mit der Route 66? Das zum Beispiel. Absolut, Jasmin. Also was ich gerade... Ich hatte mir einen langen Roadtrip vorbereitet. Vielleicht habe ich den sogar noch in meinen Notizen. Ich kann euch mal sagen, was ich eigentlich machen möchte gerne als großen Roadtrip. Steht das denn? Hier, mein eigener Plan, eigentlicher Plan war Las Vegas, Kingman, Flagstaff, Grand Canyon, Lake Powell, Monument Valley, Lake Powell. Nochmal Lake Powell. Ich habe eine gute Liste. Steht einfach zweimal drin. Canyonlands, Arches, Bryce Canyon, Zion, Death Valley, Yosemite. Das wäre ein langer Roadtrip, den ich gerne machen würde. Da ist dann auch, ähm, die Road 66 ein bisschen mit drin. Aber nicht ganz natürlich. Aber sowas gerne. Aber es wären dann drei Wochen, würde ich sagen. So ein Roadtrip. Wenn man es wirklich richtig machen will. Äh, wo ist meine Maus denn? Da ist sie. Hallo, Maus. Das klang jetzt komisch. Ähm, kannst du dir vorstellen, ein Tryout bei der... Kann man da einfach Tryouts machen? Reverend Sam Zen TV. Äh, also das wäre ein Traum, mal bei der WWE mitzumachen. Aber dafür muss man, glaube ich, halt richtigen großen Internet-Fame haben. Oder allgemein Celebrity-Status, dass sie das wollen. Aber, also wäre ein absoluter Traum. Da hätte ich richtig Bock drauf. Aber man muss sagen, alter, das WWE, der WWE-Lifestyle ist ganz schön hardcore. Klar ist das gestellt und so weiter. Aber, ich sag's, ich hab's schon ein paar Mal in Livestreams gesagt. Also ich persönlich war schon ein, zwei Mal beim Show-Wrestling-Training, weil ich hab ja Freunde, die das machen, auch in Deutschland. Jeder, der sagt, ach, die Wrestler, das ist ja alles Fake und die können eh nichts. Das ist ja alles nur Show und bescheuert. Der kann gerne mal zu einem Wrestling-Training gehen und viel Spaß dabei. Das war richtig schmerzhaft, kann ich euch nur sagen. Und die machen das teilweise, die sind jeden Tag oder alle zwei Tage in einer anderen Stadt, reisen durchgehend durch die Weltgeschichte und lassen sich dann von einer Leiter auf den Tisch werfen. Das ist richtig heftig für den Körper. Ich weiß nicht, ob ich mir vorstellen könnte, das wirklich als Karriere durchgehend zu machen. Ich hab da riesigen Respekt vor. Und wie gesagt, jeder, der sagt, das ist Fake und was auch immer. Klar, wenn einem das nicht gefällt, dann muss man das nicht gucken. Absolut. Aber als jemand, der sein ganzes Leben Sport gemacht hat, absoluten Respekt. Das ist eine sehr athletische Leistung und wer da nicht durchgehend verletzt ist, Respekt. Porsche, Double Porsche, Monster Porsche, Mega Porsche. So ist es, Saxony of Truth. Das muss ich auch mal wieder einbauen. Das war meine Tour. Die habe ich geklaut von dir, Jasmin. Ist, glaube ich, eine ziemliche Klischee-Tour. Also so halbwegs, die man so machen kann. Das so zu vermitteln, läuft ganz gut. Und ich hoffe, das kriege ich irgendwann mal so hin. Vielleicht mit meinen Eltern nächstes Jahr. Mal gucken. Die wollen nämlich auch einiges sehen. Mal gucken, was wir da hinbekommen in ein, zwei Wochen. Oder drei Wochen. Karl-Heinz Lagerfeld Meier. Da ist er, der Lagerfeld. Hätte zwei Fragen. Erstens, ist der Hausmarkt wiederbezahlbar, deiner Meinung nach? Kommt darauf an, wie viel Geld man hat. Aber für den Normalsterblichen sieht es relativ schlecht aus gerade. Also es ist eine der schlechtesten Lagen, die es jemals gab für den amerikanischen Häusermarkt. einfach auch wegen den hohen Zinsraten, die gerade bei 8% liegt. Und dadurch ist natürlich so eine Finanzierung um einiges teurer. Und deswegen, ja. Wer wird die nächste US-Wahl deiner Meinung nach gewinnen? Ist wirklich überhaupt nicht abzusehen. Mal gucken, ob Biden überlebt bis dahin. Und ja. Also es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Also am Ende stehen wahrscheinlich zwei zur Auswahl, die eigentlich keiner sehen möchte. Oder ein sehr geringes Feld und ich habe keine Ahnung, wie das immer wieder passieren kann. Bzw. ich habe schon eine Ahnung. Aber ja. Also ich wüsste nicht genau. Ich denke, dass die Chancen für die jeweiligen, sagen, es ist gerade relativ ausgeglichen. Aber bis dahin kann auch viel passieren. Es ist noch ein ganzes Jahr bis zu den Wahlen. Und so einiges kann bis dahin passieren. Ich meine, jeder, der die US-Politik verfolgt, der sieht, dass es eine ganz schöne Katastrophe ist. Und ja. Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Beramis von Präsident. Das kann man alles sagen. Beramis ist nicht hier gerade. Dazu in ein paar Wochen mehr. Neue Frage. Wie ist es, Geschworener zu sein? Geschworener ist auf quasi Jury-Mitglied, ne? Fabian. Also vor Gericht. Ich kenne immer deutsche Begriffe nicht. Sehr gut. Bester Deutscher. Also keine Ahnung. Habe ich noch nie gemacht. Falls ich damit richtig liege. Was hält dich noch in den USA? Wie gesagt, meine Karriere ist eben momentan in die, schon ziemlich an die USA gebunden. Also meine ganzen Connections, wenn man das so nennen möchte, sind hier in L.A. Alles, was ich so, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich denke, es ist auch noch sehr vorteilhaft, in Los Angeles zu sein, was Castings betrifft, was Film betrifft. Und natürlich, mein YouTube ist auch voll an USA gebunden. Wenn ich jetzt keine US-Videos mehr machen würde, dann würden wahrscheinlich 90% abschalten auf meinem YouTube-Kanal. Deswegen, das ist natürlich auch dran gebunden. Deswegen, ja, momentan. Und es gibt negative, positive Dinge am Leben hier. Aber eben die positiven Dinge, die sind mir gerade ziemlich wichtig, die man hier erlebt. Was so, ja, was eher einfach Arbeit betrifft. Ich sehe, da ist das noch für mich von Vorteil, hier zu sein, auf jeden Fall. Wie lange sind wir eigentlich unterwegs? Muss mal gucken, dass meine Kamera nicht gleich... Was? Zwei Stunden streamen wir schon fast? Krass. Eine Stunde, 56 Minuten. Es sind 934 Leute dabei. Immer noch an dieser Stelle. Vielen Dank an euch. Das ist krass, wenn ich mir vorstellen würde, da sitzen 900 Leute vor mir, vor der Bühne oder so. Das ist so eine Menge. Also vielen Dank an euch nochmal an dieser Stelle. Krass, dass ihr einschaltet. Und ja, danke. Und Mist, habe ich gerade eine Frage vorgewiesen? Wieso seid ihr eigentlich noch hier, wenn ich immer die Fragen verpenne? Über welche Plattformen buchst du deine Hotels? Ich gucke immer mehrere Plattformen. Provador de Alimentos. Ja. Und ich gucke immer, wo es am lustigsten ist, auf den Klassen, den ganzen Plattformen, die es so gibt. Mist. Biramis, genau. Ist nicht hier. Werdet ihr bald sehen. Hoffentlich kommt er bald, wie auch was heißt hoffentlich. Vielleicht kommt er auch nie wieder wieder. Das wäre auch interessant. Was hätte ich noch in den USA? Das habe ich gesagt. Das habe ich beantwortet. Habe ich doch beantwortet. Gut gemacht, Aramis. Toll gemacht hat er das. Äh, Meister Schuh. Schön, dass du dabei bist. Erstmal. Und vielen Dank an den super Chat. Ich glaube, das hast du eben schon gefragt. Habe ich übersehen. Hallo Aramis und hallo Biramis. Also wie gesagt, Biramis ist gerade nicht hier, aber sollte er wiederkommen, richte ich aus. Investiert ihr in Aktien? Er auf gar keinen Fall. Der hat kein Geld. Der ist absoluter, äh, absoluter Freeloader, wie man hier sagt. Ein absoluter, äh, was ist das deutsche Wort dafür? Man weiß es nicht. Jetzt, ich bin, mir ist echt ein bisschen peinlich, dass ich mittlerweile so eine Person bin. Ah, sorry, wie spricht man das, wie sagt man das nochmal auf Deutsch? Ähm, ich kann es einfach, ich weiß es nicht. Ich bin schon seit einer Woche im Urlaub in Amerika. Ähm, ja, also, äh, was ist das, also ja, Aktien, ja, aber sehr moderat, sehr, also was heißt moderat, sehr konservativ. Ich gehe nicht wirklich, am Anfang habe ich das gemacht und das war dann auch mal nicht intelligent, aber mittlerweile super konservativ in, ja, ja, super solide Firmen oder halt in, in ETFs etc. Also, Sachen, wo man dann langfristig nicht viel falsch machen kann, so. Aber da natürlich auch nicht alle meine Ersparnisse oder sonst was, das wäre auch nicht intelligent. Aber ja, aber sehr unspektakulär, was ich da mache. Nicht in irgendwelche, oh, dieser, dieser Stock wird nächste Woche um 2000 Prozent steigen oder so. Stocks, weißt du? Wie das während der Pandemie so war. Das ist so ein bisschen wie Glücksspiel. Äh, ja, was ist das skurrilste Produkt, das du in einem Supermarkt gesehen hast? Uff, in einem Supermarkt. Das wäre bestimmt irgendwas bei Costco. Ähm, mir fällt gerade irgendwie nichts ein. Ah. Meister Schuh, da muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken und im nächsten, äh, Mitglieder-Stream komme ich vielleicht drauf, falls du das dann nochmal stellst. Äh, so. Viele, die Grüße nach Thüringen. Erik, J. Punkt. Vielen Dank und liebe Grüße nach Thüringen. In Thüringen war ich noch nie. Das ist für mich, äh, ein, äh, unbekanntes Ländchen. Ne, ich war noch nie in Thüringen, glaube ich zumindest. Aber liebe Grüße nach Thüringen und vielen Dank. Beremis hat dein Kurzzeitgedächtnis mitgenommen. Der hat also das komplette Gedächtnis mitgenommen. Langzeit, kurz, äh, Kurzzeit, äh, Trittbrettfahrer? Trittbrettfahrer könnte das Wort sein, oder? Ein Freeloader, der so, ja, hier. Kann sowohl Trittbrettfahrer oder auch Freiberufler bedeuten. Hm. Schnorrer. Do you mean Schnorrer? Excuse me, do you mean Schnorrer? Schnorrer. Das ist mein neues Lieblings, mein Lieblingswort, das man auf Englisch sagen kann. Oh man, he's such a Schnorrer. Äh, Feedleak. Genau, Schnorrer ist gut, aber auch Trittbrettfahrer, glaube ich, ist auch das ähnliche, oder? Äh, an diesem, was ich gerade sagen wollte, das wollte ich eigentlich an euch sagen. Guck mal, wir machen einen Livestream mit über 900 Leuten und hier ist niemand dabei, der irgendeinen dummen Schwachsinn schreibt. Was man in Livestream sehr gerne mal sieht. Oder auch in YouTube-Kommentaren, ähm, dass irgendjemand, äh, seinen Frust rauslässt und irgendwas Unnötiges schreibt. Erstmal dafür Respekt an euch. Das habe ich auch letztens auf Twitch gesagt. Oh, habe ich jetzt Twitch erwähnt? Kommt jetzt YouTube und, äh, mein Kanal ist weg. Äh, auf Twitch hatten wir letztes Wochenende ganz kurz gestreamt. Das werde ich auch wahrscheinlich wieder machen, jetzt, äh, reden wir regelmäßig. Das hat nämlich auch Spaß gemacht. Ähm, und, also, ihr dummer Schwachsinn. Verdammt! Raus mit euch! Also, das habe ich da auch gesagt. Aber das ist schon mal ein Zeichen für mich. Das größte Zeichen, dass jemand ein anständiger, netter Mensch ist oder ein, ja, einfach, äh, netter Mensch. So, sagen wir es mal einfach ganz, ganz einfach. Ist der sich benehmen kann, der nicht, äh, verrückt ist oder was weiß ich. Und, ähm, das größte Zeichen davon ist, wenn jemand im Internet nett ist. Wenn das ist, äh, wenn jemand das schafft, im Internet freundlich zu sein und, äh, den Frust nicht dort rauszulassen und irgendwelche unnötigen Sachen zu schreiben. Das ist für mich ein Zeichen, dass diese Person, diese Person anständig ist. Auch wenn ihr nicht anständig sein wollt, aber ihr seid alle anständig da draußen. Endlich normale Leute. Ganz genau. Äh, verrückt kann man auch nicht sein. Doch, ja, so ein bisschen verrückt halt Schokoliner, ne? Aber im guten Sinne. Was hältst du von Haartransplantation? Transplantation. Das ist eine gute Frage. Für mich, ich meine, mein Haaransatz, da kann ich für mich ganz offen, ganz offen drüber sprechen. Ähm, der ist schon seit, so was ihr gerade seht, das ist im Prinzip schon seit ich 16 bin. Also, wenn ihr meine 6 oder seit ich 15 bin, hat sich nicht viel verändert. Vielleicht ein bisschen, aber jetzt nicht extrem. Ist jetzt nicht der Beste, der könnte auch hier sein. Hier so. Aber, ich bin ganz ehrlich, jeder soll natürlich machen, was er möchte, was so, so Schönheitsoperationen betrifft. Darunter fallt ja auch eine Haartransplantation. Aber ich bin kein Fan davon. Ich meine, ich habe ja jetzt den Kopf rasiert gehabt und sage, für mich persönlich läuft das. Ähm, ich finde das, finde das okay. Und ich muss nicht unbedingt gegen die Natur so stark einwirken. Wenn es so ist, dann ist das so bei mir. Sollte ich noch mehr Haare verlieren irgendwann und dann ist das halt so. Also, persönlich würde ich das, glaube ich, niemals machen. Ähm, niemals. Also, sehe ich den, den Sinn nicht dran, wenn das jemand machen will. Auf jeden Fall. Wir haben tatsächlich, mir wurde schon zweimal aus der Türkei geschrieben von einem, von einer Haartransplantation Firma. Hey, wir würden gerne deine Reise nach Istanbul, ich glaube, es war Istanbul, sponsoren und dir eine Haartransplantation geben. Äh, umsonst und du musst das per Video begleiten. Da war ich ganz schön beleidigt, du. Wenn dir jemand sowas schreibt, dachte ich, hey, was willst du denn? Ne, aber wie gesagt, wenn ich das machen würde, dann hätte ich das vielleicht angenommen. Aber das passt natürlich auch überhaupt nicht in meinen, in meinen Content rein. Wieso würde ich eine Reise in die Türkei mit Haartransplantation filmen? So, hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber davon abgesehen, so persönlich, weiß nicht. Ist halt so. Ist ja ganz normal. Ich glaube, 80% aller Männer, was die Prozentzahl, werden irgendwann Haare hier oder hier oder sonst wo verlieren. Das ist einfach die Natur. So ist das. Und das ist so. Ähm, lass mich raten. Elite-Herr. Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon eine Weile her tatsächlich. Ich glaube, irgendwann, das war letztes Jahr irgendwann, aber dann tatsächlich zwei verschiedene. Ähm, es kommt immer darauf an, wie oft man so, falls euch das interessiert, wie oft man so Produktplatzierungsanfragen bekommt. Immer, wenn man, wenn ich ein Video hochlade, zum Beispiel letztens habe ich hochgeladen, was weiß ich, 18 Gründe, die nicht in die USA auszuwandern. Das ist natürlich ein super Klischee. Titel, der auf YouTube funktioniert. Ähm, das weiß nicht, wie viel hat das Video an Views? 300.000 oder sowas? Äh, oder? Gute Frage. Mal gucken. Das war so das Erfolgreichste in den letzten Wochen. Ja, 330.000. Immer, wenn man ein Video hochlädt, das plötzlich gut funktioniert und viele Views bekommt, sofort kommen sie alle an. Die ganzen VPNs und Staubsauger und, äh, ja, hauptsächlich VPNs eigentlich heutzutage und was weiß ich, nicht alles kommt, äh, was so kommt und eine Produktplatzierung andrehen will. Sofort sind sie dabei. Äh, ja, aber ihr seht ja, mache ich nicht so oft oder nie. Außer ich kenne die Firma oder, also, kenne die Persönliche, benutze es persönlich. Äh, was ist deine Meinung über die Ehe? Äh, ja, alles was Beziehungen betrifft, das muss jeder für sich selber entscheiden und jeder, beziehungsweise das sollte vor allem zwischen den beiden Personen entschieden werden. Ähm, ich sehe oft, dass Leute in Beziehungen gehen und von Anfang an eigentlich sehr unterschiedliche, ähm, Ideen haben, was sie eigentlich aus einer Beziehung haben wollen oder was sie in langfristig sehen. Das ist natürlich irgendwann ein Problem. Aber das ist ein Thema, das soll jeder für sich entscheiden und über das Thema rede ich auch persönlich nicht so viel. Bringst du wieder mal ein Video mit deiner amerikanischen Freundin, die versucht, Deutsch zu sprechen? Ja, genau, Lynn wurde eben schon erwähnt, Alexander. Muss ich auf jeden Fall machen. Das erzähle ich ihr gleich wieder, schreibe ich ihr das hier, wie oft sie hier erwähnt wird. Ich muss ein bisschen überlegen, wir haben ein bisschen, äh, ich muss überlegen, was ich als nächstes Video mit ihr mache. Muss ja auch irgendwie ein Thema haben und nicht einfach nur, hallo! Was kriegt man als YouTuber von der VPN-Firma? Ähm, da ich da nie antworte, kann ich dir das nicht sagen, wie das bei mir ist oder was ich dafür verlangen könnte. Aber, ey, ich meine, das kommt, äh, Leo, äh, Patrick, das kommt ganz drauf an, wie viele Views man macht. Wenn jemand durchgehend 500.000 Views macht, kann er sehr viel mehr verlangen, als jemand, der durchgehend 50.000 Views verlangt, äh, macht. Also, im Prinzip kann er das Zehnfache verlangen und Millionenfach. Also, äh, teilweise machen Leute 10.000 pro Produktplatzierung oder mehr und teilweise 1.000. Äh, ja. Und manche YouTuber machen das sogar einfach nur fürs Gratis-Produkt, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Liebe Grüße aus Schleswig-Holstein. Liebe Grüße nach Schleswig-Holstein in die Heimat, Nadine. Hm, hm, hm. Ab wie vielen Klicks läuft ein Video auf YouTube gut? Tanja, genau das Gleiche. Wenn jemand durchgehend eine Million Views macht und dann ein Video hochlädt und das hochlädt und nur 400.000 Views macht, dann ärgert sich die Person wahrscheinlich, weil es schlecht gelaufen ist. Weil es irgendwie nicht so gut angekommen ist wie sonst. Das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Für mich läuft alles gut ab 50.000, nur ab 40.000 Views nach zwei Wochen. Weil es die, ich meine, manche Videos von mir, die haben 30.000 Views, aber nach fünf Monaten haben die dann 50.000. Weil es wird dann irgendwann nochmal angeguckt. Aber ich muss sagen, wenn es nach zwei Wochen so 40.000 Views hat, dann freue ich mich auf jeden Fall. So, aber ich weiß meistens vorher mittlerweile, man weiß meistens dann irgendwann, wie so YouTube läuft. Ich kann euch immer, könnt ihr euch immer vorher sagen, ob ein Video gut laufen wird oder nicht. Ich wusste vorher, dass der Roadtrip nach in die dänische Stadt da nicht super gut ankommen wird. Also nur für die Stammzuschauer. Ich wusste vorher, dass das Video, das ich gerade hochgeladen habe am Donnerstag, gut ankommen wird. Weil es ein sehr viel typischerer YouTube-Titel ist und was halt sehr viel klickfreundlicher ist. Ich würde nicht sagen, es ist zu viel Clickbait, aber so ansatzweise. Aber, weil ich spreche ja darüber wirklich in meinem Video. Aber genau, ich kann es, man kann es irgendwann immer vorher sagen. Aber wenn man nicht super viel Clickbait machen will, dann hat man immer mal Videos dabei, die jetzt nicht super krass laufen. Aber so ist das. So ist das. Wieso singe ich jetzt Zelda-Melodien? Wie findest du JCVD, Jean-Claude Van Damme und welcher ist dein Lieblingsfilm von ihm? Auf jeden Fall Streetfighter. Der beste Film aller Zeiten von ihm ist auf Deutsch Karate-Tiger 3, der Kickboxer. Oder einfach nur The Kickboxer oder Kickboxer. The Kickboxer, glaube ich, im Originalen. Der hat eigentlich gar nichts mit Karate-Tiger zu tun. Das ist das Witzige. Oldschool Death Machine. Jean-Claude Van Damme. Ich meine, als Person weiß ich es nicht genau. Ich kenne ihn nicht persönlich. Aber also so einfach als Action-Fan-Film. Action-Fan-Film. Action-Film-Fan. Absolute Legende. Und Hammer. Hammer. Viele geile Filme. Aber Karate-Tiger 3. Einfach geil. Tom Po. Der hat dagegen getreten. Mit seinen Schienbein. Bis der Putz von der Decke gefallen ist. Aber kann er sich bewegen wie ich? Wer kennt diese Szene? Was Besseres gibt nicht. Ben Bossig kenne ich schon länger, als du lebst. Was? Andreas. Kennst du persönlich? Aber super Musiker, der Ben. Anzeige ist raus. Clickbait. Ja, man muss halt. So, da kam gerade die Frage. Ich meine, das interessiert sich die meisten überhaupt nicht wahrscheinlich für. Aber das beantworte ich gerne mal hier an André. Tipps für Reichweite online generieren. Wie wichtig ist deiner Meinung nach Online-Präsenz? Ich glaube, also ich meine, erstmal liebe Grüße nach Hannover, André. Ich glaube, das kommt ganz darauf an, was du für ein Business machst. Wenn du in einer Firma angestellt bist, naja, da dein festes Gehalt hast, dann ist es relativ egal, oder? Wenn man eine Online-Präsenz hat oder nicht. Aber wenn du ein eigenes Business hast, dann ist das, glaube ich, sehr wichtig. Zumindest, wenn du über das Internet verkaufst oder wenn du Künstler bist, wenn du Musiker bist, wenn du Schauspieler bist, dann ist eine Online-Präsenz sehr wichtig. Deswegen habe ich auch eine oder kümmere mich darum. Reichweite online generieren? Was weiß ich. Ganz gute Frage. Das frage ich mich seit Jahren. Aber ich kann euch genau für YouTube sagen. Da wird oft von, ich weiß ganz genau, von großen YouTubern heißt es immer, du musst einfach nur das machen, woran du Spaß hast. Einfach das machen, woran du Spaß hast und die Zuschauer werden schon kommen. Das ist absoluter Schwachsinn. Man muss schon gucken und ein bisschen analysieren, was so Themen sind, die in dem Bereich sind, von allem, was so funktioniert und dann gucken, ob man da ähnlichen Content machen kann. Hoffentlich macht das dann auch Spaß, ansonsten, wieso macht man das, dann kann man auch was anderes machen. Aber selbst Titel, Thumbnail, so eine Sachen sind unglaublich wichtig. Titel und Thumbnail sind wichtiger als das Video selber. Also leider, ich versuche das nicht so zu machen, aber generell für den Erfolg eines Videos ist das Thumbnail und der Titel am wichtigsten. Und dann sollte das Video auch gut sein. Ich für mich, meiner Meinung nach, so persönlich, ist es natürlich andersrum. Ich mache gerne gute Videos und hoffe, dass die gut angeguckt werden. Aber das passiert nicht immer. Aber, ja, die Leute müssen draufklicken. Man kann das beste Video aller Zeiten machen, mit unter 50.000 Dollar in Video investieren. Und das ist ein absoluter Knaller. Aber, wenn das Thumbnail und der Titel nicht gut ist, dann guckt es keiner an. So, also, das muss man auch sehen. Aber das zu dem Thema, ich meine, die meisten interessiert das nicht. So, have you been following the Mr. Olympia 2023? Anita, ich hoffe, du sprichst Deutsch, oder? Also, im Sinne von, wenn ich jetzt drauf antworte. Ich habe es nur ein bisschen verfolgt, hatte ich vorhin erzählt. Nur ein bisschen, ich habe gar nicht gecheckt, wer hier gewonnen hat. Den kannte ich tatsächlich gar nicht. Also, die offene Klasse. Aber ich gucke mir auf jeden Fall die Ergebnisse. So, jetzt im Nachhinein werde ich mir alles mal angucken. Wer so gewonnen hat, wer dabei war. Bin da jetzt nicht super dran. Ich bin da nicht mehr super hinterher, so wie früher. So. Willst du auch mal auf Twitch streamen? Da werde ich direkt gefeuert von YouTube. SJ, ja. Versuche ich jetzt wieder regelmäßiger zu machen. Ich heiße da genauso wie hier, aber sagt es niemandem von YouTube. Kannst du ein Interview machen mit jemandem, der aus der USA nach Deutschland ausgewandert ist? Fabian Schulze, das ist tatsächlich vielleicht eine witzige Idee. Wenn ich da von jemandem, ich kenne, Moment, war nicht der, der gute Freund da, der mit, der Feli, die auch viele kennen, Feli from Germany. Mit denen hatte ich ja einen kleinen Podcast gemacht. Lebt der immer noch in Deutschland oder nicht? Manche kennen die, ja. Und können mir das bestimmt beantworten. Hä, 150.000 Abonnenten Spezial. Huch, das sage ich dir. Dann muss ich aber auch noch das 50.000 Abonnenten und 100.000 Abonnenten Spezial nachholen. Vorher läuft eigentlich immer noch der Streik. Der Schauspieler ist, gerade läuft noch, aber es wurde gerade ein Angebot geschickt. Und morgen wissen wir mehr, Erik. Oder Erik. Morgen weiß ich Bescheid. Wahrscheinlich. Ich denke mal, morgen wird es da Informationen geben. Am Montag. Ich bin gespannt. Ganz genau. Karl Ehl, das Wichtigste, um Erfolg auf YouTube zu haben, ist das hier. Und so seid ihr erfolgreich auf YouTube. Bezahlt mich später dafür, für diese Information. Habe ich hier gerade, apropos, bezahlt. Hier, Cemre, Patrick, Aloha. Danke, dass du dabei bist. Erstmal, cool, dass du dabei bist. Danke für den super Chat und die Unterstützung. Und vielen Dank für die liebe Nachricht. Und liebe Grüße nach Düsseldorf. Nach Düdo, wie man so sagt. Sagt man bestimmt, oder? Urs was great. Ja, Urs, wie ist er denn? Den kenne ich natürlich auch so von Social Media. Also nicht persönlich, aber habe ich schon oft gesehen. Wie ist denn der platziert worden? Hat er die Top 3? Ich glaube, es hat er ja wieder der Dings gewonnen. Der Chris Bumstet. Da kannst du nicht gewinnen, weil der Bob Cigarillo ist dabei. Also der Urs, das ist ja ein Deutscher, der jetzt hier bei der Olympia, wenn er Classic Physik dabei ist. Wie ist denn der platziert worden? Ich glaube, der Top 3 Fragezeichen, das wäre top. Wie motivierst du dich zum Sport? Moment, habe ich hier... Erstmal an Tanja. Danke für deinen tollen Content. Bleib wie du bist. Tanja, danke, kann ich nur zurückgeben. Danke, dass du es anguckst. Und danke für diesen... Achso, nee, das ist jetzt... Ich dachte gar nicht, ich kann die Nachricht liken. Doch, kann ich. Moment. Ach cool, guck mal. Kann man wirklich. Das habe ich jetzt aber erst gesehen. Zack. Danke dir, Tanja. Und so, wie motivierst du dich zum Sport? War da gerade. Nach über 10 Jahren. Du, für mich ist das tatsächlich... Ich brauche gar keine Motivation dafür. Für mich ist Sport wie Zähneputzen. Ich hoffe, die meisten brauchen keine Motivation zum Zähneputzen. Das ist natürlich ein größeres Zeitinvestment als Zähneputzen. Aber für mich ist es genau das Gleiche. Wenn ich keinen Sport mache, dann fühle ich mich komisch. Nach ein paar Tagen... Ich habe hier etwas hängen. Zack. Dieses Barthaar verkaufe ich nun für 800 Euro. Also, was soll ich sagen? Sorry. Für mich persönlich, das ist einfach so in der Routine drin. Und das ist, glaube ich, sollte... Also, was heißt, sollte das Zähneputzen sein? Kann auch jeder sein Leben gestalten, wie er möchte. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein erstrebenswertes Ziel, dass es zur Routine wird. Das zu erreichen. Das so einzubauen, dass man das lange durchziehen kann, dass es Spaß macht. Weil mir macht das auch Spaß. Das ist ein super Ausgleich für die Sachen, die ich mache. Die oft eher, ja, ich sage mal, wo man viel sitzt, viel Kopf einsetzen muss. Und auf Bildschirme starren muss. Ohne Sport ging das gar nicht. Und ich glaube, man muss einfach was finden, was einem Spaß macht. Das muss ja nicht Hanteln in die Luft werfen sein. Das kann auch Schwimmen sein oder Tennis spielen oder was weiß ich. Und dann ist es einfacher, sich dazu zu motivieren. Und irgendwann ist es halt Routine. Wir haben es lang genug gemacht. Warst du schon mal beim jährlichen Toyota Race of Long Beach? Oder der Airshow in San Diego? Weder noch, Sepp. Weder noch. Race of Long Beach. Da habe ich sogar noch gar nichts von gehört. Mit Autorennen bin ich ganz... Ist Autorennen, oder? Oder Motorräder. Heißt ja Toyota. Das heißt, entweder oder. Aber nein. Und Airshow in San Diego auch nicht. Airshow in Newport Beach. Wo war ich da? Huntington Beach, glaube ich. Da habe ich mal eine gesehen. Das war ziemlich krass. Nalf ist auch ein Auswanderer nach Deutschland. Da scheint ein YouTuber zu sein. Muss ich mal nachschlagen, den Nalf. Das ist Alf mit N. Und Alf ist eine Legende. Glaubst du... Wo ist das jetzt hin? Ehemaliger American Football Spieler. Ach krass. Super. Das ist interessant. Gucke ich auf jeden Fall mal rein, du. Urs ist Dritter geworden. Naja, aber Dritter auf der besten... Auf der größten Bühne der Bodybuilding-Szene zu sein, ist ja schon mal eine sehr, 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 sehr lobenswerte und super Leistung. Dritter. Auch wenn er persönlich wahrscheinlich unzufrieden ist. Ohne ihn zu kennen, kann ich mir vorstellen, dass man gerne... Naja, aber Dritter ist der Hammer. Absolut. Genau wie letztes Jahr. Ah, okay. Ja, mal sehen. Wie kamst du mit 23 Jahren mit dem Stress und der Ungewissenheit während deiner Auswanderung klar? Ich bin selber selben Alter und würde mir das zur Zeit niemals zutrauen. Eine Tüte Erdnussflips. Lecker. Wie kamst du... Erdnussflips gibt es hier übrigens... Ach, das ist doch interessant. Habe ich ja jemals gesagt? Ich habe hier noch nie Erdnussflips gesehen. Also die Erdnussflips, die man hier... Die man so aus Deutschland kennt, sind hier nicht so... Also glaube ich zumindest nicht. Nicht so bekannt oder beliebt oder gibt es überhaupt nicht. Komischerweise, weil Peanut alles, Peanut was auch immer, super beliebt ist. Naja, also wie kam ich damit klar? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich damit klarkam, ist, weil ich ein klares, beziehungsweise ein mir sehr, sehr wichtiges Ziel und unglaublich... Ja, unglaublich wichtiges Ziel vor Augen hatte, wo ich dachte, dass auch in ungewissen Zeiten oder stressigen Situationen mit, ja, mit finanziellen Visum, dass ich mir dann immer... Weil man fragt sich irgendwann... Also ich habe mich dauernd gefragt, wieso mache ich das alles eigentlich hier? Was mache ich eigentlich hier? Und ich hatte dann recht schnell immer wieder eine Antwort. Deswegen bin ich hier. Deswegen mache ich das hier. Also, selbst wenn die Frage immer wieder aufkommt, man braucht eine klare Antwort dazu, die man dann immer wieder wiederfinden kann. Ja. Ich putze auch keine Zähne. Hallo B. Ja, das ist gar kein Problem. Man kann sich die auch einfach austauschen lassen irgendwann. Ich habe dir auf Insta eine PN bezüglich dem Mittelaltermarkt geschickt. Ich arbeite bei Mythalon. Oh, cool. Ich habe tatsächlich schon zweimal bei Mythalon bestellt, Sören. Ja, cool. Ist Mythalon in Hamburg? Wie spricht man? Schreibt man das? Ist das Mythalon oder Mythalon? Witzig, Sören. Ja, ich habe es schon da schon zwei, dreimal bestellt, tatsächlich. Liegt hier sogar was rum davon? Was möchte ich jetzt wissen? Steht glaube ich nicht drauf. Verdammt. Keine. Muss ich nachschlagen, was das war? Aber gucke ich auf jeden Fall nach der PN, du. Mythalon, die machen Kleidung und sogar so Fake, äh, Fake. Waffen und so weiter. Darf man das Wort Waffe im Livestream sagen oder wird man dann verhaftet? Also Äxte und Schwerter und so weiter. Für Lab und für Mittelalter Märkte und für alle Leute, die in dem... Was habe ich jetzt gemacht? Hilfe! Hilfe! Die alle, die... Da ist das, da sind wir schon. Zack! Die alle sich dafür interessieren. Genau. Cool. Haben die einen Hauptstore? Ich wusste, ich dachte, das wäre nur ein Online-Store. Ja, witzig. Da muss ich eigentlich mal vorbeikommen. In Hamburg. Dieses Jahr. Ich hätte 900 gegeben. Moment. Jetzt weiß ich nicht, worum es geht. Hilfe! Ich verliere die Kontrolle über meinen Stream. Ach ja, und habe ich Danke gesagt, Sören? Danke, Sören. Für den Superchat. Liam Carp. Auch ein YouTuber, ja? Gehst du ab und zu ins Ghost Gym nach Venice? Da war ich letztens drin. Mal wieder nach langer Zeit. Da haben wir ein Interview mit Arnold Schwarzenegger Sohn aufgenommen. Aber so bin ich da recht selten. Ich würde gerne mal ein Video darüber machen. Ich weiß, da arbeitet sogar ein Deutscher. Und den werde ich mal anschreiben. Vielleicht ist das möglich. Wie interessant wäre für dich, in Musicals oder ähnlich mitzuwirken? Musical wäre absolut wieder mal ein Traum. Vor allem sowas wie Les Miserables. Ja, das wäre ein absoluter Traum. Großer Fan von gewissen Musicals. Was heißt realistisch? 666, der Schlachter. Das muss ich eigentlich so vorlesen. 666, der Schlachter. Waren deine Grundziele realistisch? Realistisch? Was ist schon realistisch? Für die meisten wahrscheinlich nicht, wenn sie das hören und denken. Das ist ganz schön unrealistisch. Aber für einen selber muss das nur realistisch sein. Und wenn man sich das selber vorstellen kann und vor Augen führen kann und seine Vision davon haben kann, dann ist es dann realistisch? Wahrscheinlich schon. Aber für andere vielleicht nicht. Wie lange machst du heute noch? Ja, Retro, wir sind im Prinzip schon... Oh, ich gehe später noch ins Kino tatsächlich. Ich muss mal ganz kurz meine SMS hier während des Dreams checken. Was ist das? Aha, aha. Ich muss ganz kurz gucken, dass ich hier nicht zu spät komme. Ja, noch ein bisschen. Meine Kamera geht bestimmt auch gleich aus und dann sind wir sowieso weg. Welche Drohne habe ich? DJI Mini Pro 3. Oder 3 Pro? Mini 3 Pro. Mini Pro 3. Mini Winnie. Moin Aramis. Schneiß dich mal live zu sehen. Planst du mal eine Camper-Tour durch National Parks? Ja, das ist sowas, das ich auch immer mal so in Gedanken habe, das wäre auch geil. Aber mit einem Camper und so weiter. Ich muss mal gucken, wie das ist, so eins zu leihen, was das kostet und ich bin halt überhaupt kein Camper. So, was... Also, ich habe das nie selber gemacht im Sinne von, dass man das selber plant und was man beachten muss, etc. Aber an sich ist der Gedanke, klingt eigentlich ganz cool, auf jeden Fall. Komisch, meine deutsche Erdnussbutter kommt aus den USA. Hm. Was sind deine Gastro-Tipps für New York? Matthias, erstmal viel Spaß in New York. Das wird sicher Hammer. Puh, Gastro-Tipps. Wo war ich denn essen? Irgendwas, was mir... Ganz ehrlich, nichts, was mir wirklich voll... Also da in Queens, in der... Oh, ich habe echt schon... Ich vergesse immer wieder die ganzen Namen. In Queens war ich da bei einem Inder, der war richtig gut. Hm. Aber an sich... Ah, diese eine Pizza, die war auch richtig geil. Die ist in dem einen Video, Matthias. Ich habe den Namen vergessen. Ähm, in dem Brooklyn-Video, das ich dieses Jahr gemacht habe. Wenn du da... Du musst ja nicht das ganze Video angucken, kannst du gerne natürlich machen. Ein bisschen durchskippst, da war ich bei einer Pizza... bei einem Pizzaladen, der war sehr gut, muss ich sagen. Hat sich richtig gelohnt. Ein Gespräch zwischen dir und Nalf wäre klasse. Guck mal, ich suche einfach mal nach ihm jetzt, damit ich das nicht vergesse. Nalf. Nalf. Facing Disaster in Yosemite Valley with my German Girlfriend. Oh, oh. Da brennt es ab. Hier ist gescreenshotted. Ich schreibe hier mal oder so. Der spricht ja auch Deutsch, der Nalf? Oder... Das sieht aus, also bei mir, als würde er englische Videos machen. Aber... Spricht er auch Deutsch mittlerweile? Oder was? Ich rede nur mit Leuten, die Deutsch sprechen können. Wisst ihr das? Ah ja, natürlich muss auch das Eis am... ähm... Lemon King... Wie heißt es noch mal? Guck das Video an, ich habe keine Ahnung. Das typische King of Queens Eis, das muss natürlich drin sein. Ähm, in Queens. Ah, hier. Fallen dir Umrechnungen vom metrischen System ins amerikanische Schwer, zum Beispiel, äh, Miles Per Hour to Kilometers Per Hour? Äh, nicht mehr, Fabian. Am Anfang, also, weil die Umrechnungen ist ja alles, also, das, amerikanische System ist ja absoluter Quatsch, sage ich mal so. Und Lemon King of Corona, so ist er. Ähm, oder so ähnlich. Oder Lemon Ice King. Ähm, also, ja, mittlerweile habe ich sie drin, gerade, gerade Kilo nach Pfund. Wenn man Gewichte hebt, kennt man das natürlich. Kann man nichts besser umrechnen als Kilo in Pfund. Sofort. Aber, ähm, ja, mittlerweile, aber es ist ja immer noch kompletter Quatsch hier. Das werde ich für immer sagen. Ähm, kennst du auch US-Amerikaner, die von den USA nach Deutschland ausgewandert sind. Ja, kenne ich. Einer meiner Lehrer früher, mein Musik, äh, Chorepetitor und der auch die, äh, an der Oper, wo ich gesungen hatte, in Hamburg, der hat die künstlerische Leitung da gemacht für die kleineren Opern, Opas, Opern. Ähm, der war aus Amerika, der ist tatsächlich aus Kalifornien und das ist so eine der einzigen Personen, die ich kenne. Bezüglich Nalf, er spricht ein bisschen Deutsch, aber wir können auch Englisch. Ja, aber nicht alle. Nicht alle. Hast du noch zu leben USA Kontakt? Ja, hab ich noch. Ähm, leider müssen wir absteigen. Ja, dann liebe Grüße nochmal an die Familie, Anja. Schön, dass ihr dabei wart. Achso, du bist sogar aus Amerika. Ah, okay. Aha. Hätte ich mir auch denken können bei dem Namen. Allison. Äh, ja, aber liebe Grüße an euch. Das hab ich gar nicht gecheckt, Anja. Ähm, und dann, äh, bis demnächst, würde ich sagen. Auch vielleicht im Mitgliederstream. Noch zu dem deutschen Reiseführer aus Florida Kontakt. Nicht wirklich. War, wo warst du noch an der Ostküste? Ausgenommen von, äh, ausgenommen von New York City. Ich war mal in Boston. Äh, Florida ist ja auch Ostküste, aber in Boston war ich noch für eine kurze Zeit, auch für in Boston eine richtig coole Stadt. Da würde ich mal wieder hin, weil ich war da zu einem Dreh, da hab ich nicht allzu viel gesehen, aber das, was ich gesehen hab, war super. Ähm, dann war ich in Washington DC mal, lange Zeit ist es her. Und in New Jersey. New Jersey hat mir ja tatsächlich gut gefallen, auch wenn es so einen schlechten Ruf hat. Ähm, kannst du bitte ein Lied abspielen von deiner alten Metalband mit dem Kollegen aus New York? Äh, 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 Marco, viel Spaß damit. Das wurde mit einem Nokia Nokia 3110, wie ist es nochmal, das klassische Nokia aufgenommen. Dafür war die Qualität so krass gut, also von der Aufnahme, das ist natürlich eine Katastrophe, die Qualität von der Aufnahme, aber dafür, dass es mit so einem vor Smartphone-Handy war. Okay, macht euch auf was gefahren. Gefasst. Das ist die einzige Aufnahme, die ich habe. Oder eine da, ne, ich hab noch ein paar andere Aufnahmen, aber die ist eigentlich ganz cool von einem Konzert gewesen. Äh, Moment. Will ich euch das jetzt wirklich antun, ist die Frage. Wer hat das gerade gefragt? Verdammt, schon wieder weg. Äh, da, 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 amerikanische YouTuberin, die nachdeutschen, Hayley Alexis. Dank Screenshot ich mir die auch. Mal gucken, da gibt es ja ganz schön viele. Daniel G1. Hayley mit Y. Ah ja, gibt es auch. Finally. What are Mike and I hiding from you? Mhm. Aber jetzt ist es wieder, äh, keine Ahnung, man weiß es nicht. Okay, ich verliere gerade meinen Gedanken. Äh, warst du schon mal in den LA Universal Studios? Deine Videos sind einfach super. Ja, Universal Studios war ich schon, MVB, und da habe ich natürlich meine Kamera mitgenommen. falls du dir das angucken möchtest, einfach, äh, glaube ich, nach Universal Studios suchen auf meinem Kanal, und dann siehst du das. Das ist meine Erfahrung damit. Äh, war positiv, kann ich dazu sagen. Hat mir echt gut gefallen, hat Spaß gemacht. Äh, empfehlenswert, kostet viel, aber, ähm, dam, 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 kostet einiges, aber, wenn man die Kohlen hat im Urlaub, kann ich es mir, kann ich es empfehlen. Oh, guck mal hier, gehen einige auch gerade ins, wir machen jetzt noch, guck mal, ah ja, die Zahlen, krass, jetzt gerade plötzlich, jetzt ist Schlafenszeit hier. Ähm, ist ja schon spät, 25 vor 11, oder? Gerade war Zeitumstellung hier übrigens, dieses Wochenende, bei euch war ja letzte Wochenende, das ist hier immer eine Woche oder zwei Wochen später. Fünf Minuten noch. Und dann muss ich sowieso los, aber wir machen noch fünf Minuten, dann geht wahrscheinlich auch gleich meine Kamera aus. Hast du Kontakt zu Feli from Germany? Wir haben tatsächlich einen kleinen Podcast zusammen gemacht vor ein paar Monaten und uns dann mal online kennengelernt, im Sinne von, per Video und auch geschrieben und so und ja, super nett, ähm, kennen sie dadurch und über Instagram und so. Also, äh, sporadisch Kontakt. Aber vielleicht macht, eigentlich könnte ich auch mal ein Video mit ihr machen, so, über ihre Erfahrungen mit den USA. Das wäre vielleicht auch mal interessant. Ich frage sie mal. Die spricht natürlich Deutsch. Ist es bei dir noch hell? Ist es gerade hell geworden hier, du? Ja, ist noch hell. Es ist, ähm, 25 vor 14 Uhr. Black Forest Family sind auch Amerikaner, die nach Deutschland in den Schwarzwald gezogen sind. Wahrscheinlich, oder? Das screenshotte ich auch. Ich screenshotte sie mir alle. Wann bringst du deine eigene Platte raus? Du kannst inhaltlich singen, wie du willst, dir deine Stimme fasziniert, so sehr, das ist egal, was du singst. Okay. Selbst aus wie im letzten Video. Danke, Schokolina. Ähm, ja, ich arbeite dran und es sollte nicht mehr lange dauern. Vielen Dank. Ähm, Bar- oder Kreditkarte zahlen? Ich würde, also Kreditkarte geht überall und wenn man eine hat, wo man keine Gebühren zahlen muss, ist das natürlich top. oder einfach mit der Kreditkarte oder der Bankkarte Bargeld abheben. Aber normal kann man in den meisten Orten Bar- und Kreditkarte zahlen. Hier und da ist mal ein Business, wo man nur Bar zahlen kann und da denkt man, ja, da muss, da läuft was nicht ganz, äh, da läuft was dunkles ab. Was? Äh, ich fand das Video von dir und Phil im Schneesturm total gut, bloß gut das Jahr. Wir haben gerade I break the news, wir haben gerade, wir sind ja, äh, ich war ja mit ihm unterwegs, haben wir gerade wieder darüber geredet und dachte, okay, das war eins der interessantesten Roadtrip-Abenteuer, die wir hier hatten. Das war was, ey, da auf diesem Highway zu fahren, wo niemand, also der gesperrt war eigentlich das war eine interessante Erfahrung. Ja, Trinkgeld mit Kreditkarte, alles kann man mit Kreditkarte machen. Wie das abläuft hier, Thorsten, ist, man kriegt die Rechnung, man gibt die Kreditkarte, dann nehmen die die, kommen zurück und geben noch eine Rechnung, wo man die drauf, draufzahlen, äh, draufschreiben kann, das Trinkgeld. Also man sagt, man kriegt da quasi dann die zweite Rechnung. Ähm, Mamamamamam, Mitte Video, ach ja, Marco Wagner, genau. Äh, äh, da, ich muss so lange danach suchen, das ist das Problem, bis ich das finde. Ich will jetzt nicht während des Livestreams hier, vielleicht müssen wir das in einem anderen Livestream machen, weil ich habe keine Ahnung, wo das ist. Also ich habe auf jeden Fall auf meinem Handy das eine Video, aber wo ist die Frage? Oh, hier ist ein Steel Panther Konzert, mit Miley Cyrus. Da war ich auch mal zu Gast, also nicht zu Gast, im Publikum. Ich glaube, das würde zu lange dauern, bis ich das finde, ehrlich gesagt. Ich habe so viel Kram auf meinem Handy. Vielleicht machen wir es beim nächsten Mal, Marco. Da musst du mich wieder dran erinnern und dann lege ich es mir bereit. Wann planst du den nächsten? Ja, Marco, ich werde wahrscheinlich dann auf Twitch demnächst Livestreamen, da geht das auf jeden Fall. Also ich versuche auf Twitch regelmäßig live zu streamen, jetzt mal vielleicht einmal die Woche oder so. Ich habe noch nicht irgendwie einen Plan wann, aber das wäre so das Nächste. Genau. Eine Frage, wie tankt man in den USA? 107 Gang, da musst du bei YouTube eingeben, wie tankt man in den USA oder in der USA und dann kommt mein Video dazu. Da habe ich tatsächlich ein ganz kurzes Video zu gemacht, vier Minuten, fünf Minuten. Kannst du mal irgendwann eine Roomtour machen von deiner Bude? Eines Tages, ich bin gerade so ein bisschen am Umstrukturieren und dann mache ich das, wenn das alles fertig ist. Was würdest du tun, wenn du in den USA einreist, um als Musiker dir was aufzubauen, aber sehr wenig Geld hast? Also ich finde, es ist leicht schnell, einen Nebenjob zu finden, Simon. Und das musste man ja wahrscheinlich auf jeden Fall am Anfang machen. Also ich würde mir Nebenjobs suchen, die mich über Wasser halten, so gut wie, ohne dass ich zu viel Zeit da rein investiere, damit ich die Zeit in die Karriere investieren kann. So habe ich das quasi auch gemacht. Bisher. Mako, bei mir wurde das Trinkgeld nie abgebucht. Weißt du vielleicht warum? Hm, hast du unterschrieben und alles ausgefüllt? Hm, man weiß es nicht. Kann sein. Oder vielleicht haben die es einfach falsch gelesen. Kann immer sein, dass auch da ein Fehler passiert ist. Hab dich bei Rookie Feds gesehen. Sehr cool. Wünsche dir weiter viel Erfolg. Vielen Dank, John. Ich wünsche dir auch alles Gute. Ja, eine Roomtour habe ich schon gemacht von dem Zimmer hier. Und wenn man die Videos guckt, dann hat man wahrscheinlich noch mehr davon gesehen. Kalil. Ah, die Fischkarte ist noch da. Zum Abschluss noch dazu gekommen. Ja, Holla. 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 Holla die Waldfee. Wir sind aber leider gleich hier schon fertig. Oh, ich habe schon wieder die fünf Minuten überzogen. The Holdovers habe ich, äh, werde ich gleich gucken. Holdovers, heißt ja Holdovers. Warte mal gucken. Ja, den werde ich mir gleich gucken, angucken mit ein paar Freunden. Ja. Hat wer anders organisiert. Ich habe einfach nur Ja gesagt. Ja, machen wir. Alles klar. The Holdovers. Kennst du die, äh, äh, German in Venice? Venice in German. Auch gut. Äh, German in Venice kenne ich. Äh, man kennt sich so übers Internet, glaube ich, aber ich habe noch nie mit ihm kommuniziert. Also ich kenne ihn nicht persönlich. Äh, Sweatshirt kann man kaufen. Das hier. Oder Merch? Das ist die Frage. Das hier weiß ich nicht. Das habe ich, äh, geschenkt bekommen von Johannes, weil er es nicht mehr wollte. Aber, aber mein, vom Dings, vom Merch, das ist in der Beschreibung immer drin. Da ist der Link dazu. Ähm, so, eins mit der sieben verwechseln, kann sehr teuer werden. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, würdest du Staatsbürger werden wollen? Wenn du würdest, ich glaube, langfristig ja. Das hatte ich auch in dem letzten Video länger beantwortet. Äh, ich werde, ähm, Mati, ja, wir machen vielleicht so ein Mitgliedertreffen, sage ich dir schon mal so, äh, Ausschau halten nach Community Posts. Vielleicht, wenn ich im Dezember da bin. So, okay, und jetzt, äh, sage ich nochmal an alle, die noch hier sind, es kommen noch mehr X-Faktor folgen. Ja, wahrscheinlich, are you watching closely? Aber ich weiß noch nicht ganz genau. Ich habe nämlich noch vier Drehtage, ob ich die zusammen packe, in ein oder zwei Videos oder in lange Videos. So, jetzt aber, äh, nochmal meine Abschiedsrede für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend beziehungsweise gute Nacht. Ist ja schon spät. Vielen Dank, dass ihr bis hierher zugeguckt habt. So lange, fast drei Stunden gestreamt hier. Äh, dankeschön an euch. Danke fürs Dabeisein. Danke für die Videos, äh, fürs Video angucken, fürs Anschauen der Videos. Es freut mich sehr. Ähm, es kommen jetzt Videos aus Las Vegas. Ein paar tatsächlich. Und dann Sion National Park und Aliens jagen. Und, äh, erstmal muss ich gucken, ob das Footage was geworden ist oder nicht. Und dann kommen auch noch ein paar X-Faktor Episoden und vielleicht nochmal was aus Los Angeles in diesem Jahr. Auf diese, in diesem Sinne, jetzt kriege ich, krass, ich muss gar jetzt, ich habe jetzt zwei Stunden 40 durchgehalten, obwohl ich eigentlich auf Klo musste. Perfekt. Das ist Blasenkontrolle. Okay. Also, äh, vielen Dank an euch. Bis zum nächsten Mal. Und, äh, liebe Grüße nach Deutschland, Österreich, Schweiz, USA, wo auch immer ihr auf dieser Welt seid. Und, wie beendet man nochmal einen Stream? Das ist die goldene Frage. Ich lade gerade das Peace auf. Ihr seht es schon. Ah, schöne Schläfenmassage. Okay. Danke an euch alle und auf Wiedersehen. Danke, dass ihr so freundliche Menschen seid. Auf Wiedersehen. Und, Peace. Peace. Peace.